Hallo liebe Motorport-Fans und MSM-Freunde, hallo Pod. Die Technik-Dötter waren auf unserer Seite. Unsere Audio-Files haben zumindest letzte Woche funktioniert. Besser funktioniert, als wir es während der Aufnahme selbst noch gedacht haben. Keine Spur vom Purposing, keine allzu bösen Gremlins wie bei den Testfahrten, keine Kinderkrankheiten, keine Hydraulik-Defekte oder lästigen Öl-Lags, wie wir es aus der Formel 1 kennen. Also probieren wir das Ganze heute gleich nochmal nach unserem erfolgreichen Rollout in der vergangenen Woche. Ihr kennt das Spiel, ich bin Stefan, aber wie immer nicht allein hier. Denn mich lächelt gerade jemand an, der frisch gestärkt von seiner verehrten Currywurst zu uns spricht. Hallo Christian. Hallo Stefan, hallo Robert, hallo in die MSM-Runde. Ich hoffe, dass auch dieses Mal alles glatt geht, dass wir den Fuel Flow vor allem einhalten oder Bio Flow, wie es bei uns in den Streams ja ganz gerne mal war. Da kommen Erinnerungen hoch bei der ganzen Geschichte, aber ihr seht es noch nicht. Aber es ist heute nur einmal Christian da, denn Markus sitzt gerade im Flieger nach Portugal zur MotoGP in Portimao. Das heißt, er muss sich das Ganze selber nachher noch mit anhören, vielleicht auf der Rückreise oder unterwegs, wenn es langweilig wird, am Rennwochenende oder auf einer langen Fahrt ins Hotel. Deswegen keine Doppelgänger-Gefahr heute hier bei uns in dieser Folge. Dafür ist aber Robert zurück. Der ist nicht so frisch gestärkt von der Currywurst, zumindest wissen wir es nicht, aber frisch zurück aus Tirol. Ja, und auch von der vergnügsamen Fahrradtour, die mir Christian nicht abnehmen wollte, aber doch, ich fahre tatsächlich Fahrrad. Und bin jetzt schnell hier reingeradelt, damit wir unseren zweiten Podcast aufnehmen können. Und ich bin ehrlich gesagt absolut begeistert vom Feedback unserer Hörer, muss man ja sagen, die, ich glaube, in keinem einzigen Kommentar unsere Audi-Qualität in einer Art und Weise kritisiert haben. Also ich glaube, besser wird es nicht mehr. Entweder wir hören jetzt auf oder wir machen auf mindestens dem Niveau hier weiter. Dann vielen Dank alle, dass ihr dabei wart. Das war unsere zweite Folge des MSM-Podcasts. Ja, und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf das Radfahren bei Robert eingehen. Das will ich jetzt hier so nicht stehen lassen. Also wer Robert kennt, der kann sich das wirklich sehr, sehr schwer vorstellen. Und ich kann mir das auch bildlich vorstellen, dass es eigentlich eher so eine Dampfloktern ist, oder? Es ist ein Damenfahrrad. Es ist auch nicht mein eigenes. Da bin ich schon ehrlich. Ich bin der sehr große Transparenz. Da lege ich großen Wert drauf. Aber sei unbesorgt. Ich fahre Fahrrad und betätige mich auch sonst sportlich tatsächlich. Aber da muss es irgendwo rausdampfen. Nein, Auto ist kaputt, deswegen fahre ich Fahrrad. Siehst du, was habe ich vorhin gesagt? Nein, nur ein Joke, Joke, Joke. Ja, ich weiß nicht, was Christian dir eher abnehmen würde, dass du Fahrrad gefahren bist oder dass das Auto kaputt ist. Wir müssen ja aufpassen, Freunde, denn es wurde ja vielfach gefordert, dass man uns im Stream oder im Podcast nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Ich wundere mich ein bisschen. Ich glaube, die Zuschauer, Zuhörer wissen alle gar nicht, wie wir aussehen, sonst wird das wahrscheinlich niemand hier fordern. Aber jetzt habe ich natürlich so ein gewisses Bild weg, wie ich denn möglicherweise als unsportlicher Robert aussehen könnte. Vielleicht stellen wir das irgendwann mal gerade. So, bevor wir uns jetzt verquatschen hier. Weiter mit dem Sport, bitte. Aber sehen und Podcast ist ja eigentlich perfekt, oder? Weil wir haben das Feedback, der nicht nur Zuhörer, sondern auch Zuschauer sehr ernst genommen und haben das Ganze noch ein bisschen optimiert, was ihr da sehen könnt. Also solltet ihr das Ganze jetzt auf irgendeiner Podcastform eures Vertrauens hören, es rentiert sich auch mal rüber zu schauen, entweder bei uns auf die Website oder auf YouTube. Da könnt ihr das Ganze noch ein bisschen visualisiert sehen, den Podcast. Unsere Köpfe könnt ihr ganz klein sehen, nicht so, wie wir jetzt gerade dazu sprechen, aber ihr seht eine, wie soll man dazu sagen, Stefan? Wir haben vorhin ein bisschen gerätselt, es ist fast eine philosophische Frage. Ist es eine Animation oder was ist es denn? Es ist ja keine Animation, es ist ein Setting, fast schon ein Stilleben, würde ich sagen. Es sieht spektakulär aus. Robert dachte, dass es AI generiert. Ich weiß nicht, ob das besser macht. Dass alles heutzutage AI generiert ist und falls nicht, könnten wir natürlich überlegen, ob wir nicht auf unserem Instagram-Channel Motorsportmagazin vielleicht eine kurze Story posten, wie wir das wirklich hier umsetzen, mit welchen Mitteln Motorsportmagazin agiert, um das eine Zuschauer und Leser auf Trab zu halten. Schaut mal vorbei, ob wir uns getraut haben. Das müssen wir noch mit dem lieben Patrick abklären, ob das so okay ist für ihn. Ich erzähle nur vielleicht mal ganz kurz, wie das entstanden ist. Solltet ihr jetzt gerade auf YouTube sein und das sehen, das Ergebnis sieht ja wirklich spektakulär aus. Dahinter liegt Patrick, unser Videomann, auf einer Europalette. Diese Europalette habe ich mit so einer Ameise, ich glaube, so nennt man das im Fachjargon, angehoben und in der Halle rumgefahren. Dann seht ihr vielleicht noch, dass sich die Flagge da ein bisschen bewegt. Das liegt nicht daran, dass da die Halle nicht ganz dicht ist. Nein, wir haben da noch einen Ventilator aufgestellt, haben noch Lichter hingestellt, damit unser Magazin schöner angeleuchtet ist, damit der Reifen leuchtet. Also wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch dieses Produkt zu liefern. Und wir haben, wie gesagt, das Feedback von euch einfließen lassen, denn da war euch ein bisschen zu viel Bewegung drin in der ersten Version. Und das haben wir jetzt etwas smoother noch gestaltet, deswegen ja auch die Ameise. Wir sind also alle gespannt. Ihr könnt es jetzt gerade schon sehen, während ihr uns lauscht und in den Kommentaren auf YouTube uns dann mitteilen, ob es euch gefällt oder nicht. Die alte Version besser war oder doch die neue oder eine ganz andere oder soll man es ganz lassen? Wollt ihr uns überhaupt nicht mehr zuhören? Alles möglich, sagt uns Bescheid. Grundsätzlich kann man nur das sagen, was Robert eben schon angesprochen hat. Vielen, vielen Dank für dieses überwältigende Feedback auf die erste Folge. Danke, danke, danke dafür. Jetzt müssen wir natürlich auch zusehen, dass wir weiterhin abliefern und dem Ganzen gerecht werden. Und allen, die gesagt haben, sie würden uns gerne lieber dabei sehen, dieses als Podcast-first gedacht. Das heißt, wir wollen, dass die Audioqualität hoffentlich funktioniert. Und die Animationen auf YouTube sind natürlich dafür gedacht, dass ihr nebenbei noch ein bisschen was sehen könnt, wenn ihr es euch da anschaut. Aber wir wollen da jetzt nicht, da wir ja regelmäßig diesen Podcast auch machen wollen, kann es durchaus mal passieren, dass jemand auf Reisen unterwegs ist, nicht in unserem Studio aufgenommen werden kann. Und dann sieht das Ganze auch nicht ganz so aus, wie wir wollen, dass es nach außen getragen wird. Deswegen, damit es nicht allzu wild aussieht im Video, Audio-only plus unsere mega spektakulären Animationen oder wie auch immer wir es nennen wollen. Und vielleicht kommt ja nochmal irgendwas, wer weiß. Und weil die Frage ja auch ein paar Mal gestellt wurde, wann wir denn eigentlich erscheinen, also wie oft. Ich glaube, wir können jetzt revealen, dass wir hier durchaus vorhaben, jede Woche unseren Podcast hier aufzunehmen. Egal, wer gerade irgendwo in der Welt unterwegs ist. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster heraus. Also muss man sich jetzt nur so vorstellen, ich mache das nicht tatsächlich, sonst wäre die Qualität ja nicht gut, die Audioqualität. Aber der Plan ist natürlich, jede Woche rauszukommen und euch dann immer auf dem Laufen zu halten, natürlich, was in der bunten Welt des Motorsports so alles los ist. Genau. Aber zu Stefans Aussage will ich nochmal ganz kurz. Also Stefan hat das jetzt wunderbar formuliert, aber der eigentliche Grund ist, er will einmal die Woche einfach im Jogginganzug ins Büro kommen. Tatsächlich? Ist das der einzige Grund? Ich glaube schon. Sehr gut. Weil nur so können wir das machen, wenn wir das Ganze nicht per Bild bringen. Wobei, wie gesagt, wer weiß, was die Zukunft noch so alles bringt. Aber ich würde sagen, jetzt genug des Warm-Ups. Jetzt, wo wir klargestellt haben, wie oft das Ganze hier passieren wird. Und ihr seht ja, Markus ist mal unterwegs, Christian wird mal zu Rennen unterwegs sein, genauso Robert. Aber zum Glück sind wir ja viele Leute und irgendjemand wird schon da sein, um euch was Spannendes zu erzählen. Oder auch nicht. Mal sehen. Und jetzt direkt in unsere heiß geliebte Startrunde. Und das bedeutet bei uns Fun Facts. Jetzt haben wir zehn Minuten geredet. Fangen wir doch mal mit der ersten Rubrik an, würde ich sagen. Klingt nach einem Plan. Komm, dann mache ich mal den Vortritt. Denn am vergangenen Wochenende war ja doch etwas Motorsport. Zwar keine Formel 1, keine MotoGP, dafür aber die Formel E, die nach fast zwei Monaten Rennpause auch mal wieder ein Rennen ausgetragen hat. Es ging ein schönes Sao Paulo, nicht die Formel 1 Rennstrecke. Nö, es ging durch das Samba-Drom, wo normalerweise eben da der brasilianische Karneval gefeiert wird. Aber dazu geht es gar nicht. Nämlich, sportlich natürlich, McLaren hat seinen ersten Sieg in der Formel E gefeiert. Dazu herzlichen Glückwunsch. McLaren, wer es nicht weiß, ist das ehemalige Mercedes-Werksteam, das ja auch zweimal in Folge die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Jetzt eben als Papaya unterwegs, eigentlich mit den gleichen Leuten, aber eben in neuen Farben und mit neuem Namen. So, und wer hat den ersten Sieg holt für McLaren? Das war Sam Bird. Jetzt werden alle sagen, was? Sam Bird, wie kann denn das sein? Okay, ich muss es vielleicht erklären. Sam Bird hat sein letztes Rennen davor vor genau 979 Tagen gewonnen. Oder auch vor 35 Rennen. Also es kam doch eher überraschend, dass der gute Sam dann mal wieder auf P1 gestanden hat. Und wer jetzt die Formel E nicht so sehr verfolgt hat in den letzten Jahren, würde sagen, oh Sam Bird, das war dieser Typ, der immer seinen Teamkollegen bei Jaguar abgeschossen hat und den damit um die Weltmeisterschaft gebracht hat, so wie letztes Jahr. Aber Sam Bird, und das muss man jetzt auch mal dazu ein bisschen gerade stellen, das ist der einzige Kerl, der es geschafft hat, in den ersten sieben Saisons, also in den ersten sieben Jahren der Formel E, in jedem Jahr einen Sieg zu holen. Das ist keinem anderen Fahrer gelungen und erst in der Saison 8 und 9 hat er es dann eben nicht geschafft und jetzt hat er es endlich wieder und das war sein zwölfter Sieg im 116. Rennen und damit ist Sam Bird, der ehemalige Crashpilot, der immerhin zweiterfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Formel E, was die Siege anbelangt. Und ja, dann würde ich sagen, Glückwunsch an McLaren, in der Formel E zumindest können sie Rennen gewinnen. Das ist mein Funfact. Ja, böse Zungen würden behaupten, weil Lando Norris nicht für sie fährt in der Formel E, aber habe ich nicht gesagt. Das würden ja böse Zungen behaupten. Absolut. Wie viele Tage hast du gesagt? 979 Tage. Ja, das ist ja eine geradezu lächerliche Zahl im Vergleich zu dem, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe. 800. Also ja, die Zahl an sich ist erstmal kleiner. Ich habe im Mathe-Unterricht aufgepasst. Aber wenn ich das jetzt, wenn ich das danach noch sage, dann ist es ziemlich spektakulär. Hat vielleicht jemand von euch eine Ahnung, was ich mit der 800 meinen könnte? 800 Jahre. Alles andere würde mich jetzt nicht beeindrucken. 800 Grand Prix. Der 800. Grand Prix vom lieben Kollegen Roger Benoit findet an diesem Wochenende statt. Der 800. Grand Prix, über den er berichtet vor Ort, Australien. Ich glaube, da kann man mal herzlichen Glückwunsch oder Beileid zu sagen, je nachdem, wie man das Ganze sehen will. Also eine unfassbare Zahl. Anfang der 70er Jahre hat das Ganze bei ihm angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört. Ich hoffe, das geht noch viele, viele Jahre und viele, viele Grand Prix so weiter. Vielleicht macht er ja sogar noch irgendwann die Tausend voll. Ihm ist alles zuzutrauen. Ihr habt ja schon das ein oder andere Video mit ihm sehen dürfen. Ich hoffe, da wird es auch noch das ein oder andere von ihm geben. Sehr, sehr spektakulär. Immer wieder mit ihm. Und herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Christian, ist natürlich die Frage, zählst du eigentlich deine Formel 1 Rennen vor Ort mit? Ich habe irgendwann mal, weil von der Formel 1 kam zum tausendsten Grand Prix. Der war 2019 in Shanghai, wenn ich mich recht erinnere. Da hat die Formel 1 einfach mal rumgefragt, wer denn wie viele Grand Prix's gemacht hat. Also sie haben nicht gesagt, wieso, aber im Nachhinein war dann klar, sie wollten die Journalisten so ehren, die am meisten haben. Trotzdem hatte ich zumindest mal meine Zahl auch hingeschrieben und ausgerechnet. Wusste ich ja nicht, was sie damit jetzt genau wollten. Und ich hatte 2021 dann, glaube ich, irgendwann mal den 100. Grand Prix, das war Österreich. Ich glaube, es war 2021. Seither habe ich jetzt nicht mehr nachgezählt. Muss ich mal wieder machen. Übrigens, Fun Fact an der Stelle, Shanghai, 2019 dieser tausendste Grand Prix, da hat sich das Siegertreppchen, oder das Siegertreppchen mussten sich zwei Kollegen teilen, nämlich Roger Benoit, eben genannter, und Giorgio Piola. Die beiden sind sich nicht so ganz grün. Also da gab es, glaube ich, auch so ein bisschen Neid auf beiden Seiten, wer denn jetzt wirklich die meisten Grand Prix's hat und hin und her rechnet und so weiter. Also das war damals ganz witzig zu sehen. Wenn wir jetzt damit schon anfangen, 800, sagst du, Christian. Robert hatte irgendwie über 900. Wenn wir schon große Zahlen haben und von Shanghai sprechen und von lange auf Sieg warten. Wie wäre es denn mit der Zahl 20.671? Da wisst ihr vielleicht schon, was jetzt kommt. Denn das war die Zeit, die Mercedes warten musste auf den ersten Werksieg eines Silberpfeils. Zwischen dem 11. September 1955 in Monza durch Juan Manuel Fangio und dann Nico Rosberg 2012. Da war richtig was los. 20.671 Tage. Das ist nicht mal ein Funfact, aber das hat mich jetzt daran erinnert, als ihr hier eure lächerlich winzigen Zahlen ausgetauscht habt. Stefan, hast du vielleicht für uns noch die Petronas Fuel Injections der abgelaufenen Saison für uns? Oh, der abgelaufenen Saison leider nicht. Das jetzt vor Australien hätte ich dir natürlich auswendig sagen können. Die teilt Mercedes nämlich immer in der Pressemitteilung uns mit. Ich weiß nicht, wer das jemals verwendet hat, aber es gibt sie. Ich nicht. Ich habe mal nachgerechnet, es ist einfach nur ein rechnerischer Wert. Also es ist nicht der tatsächliche Wert, wie oft da irgendwie der Einspritzvorgang vonstatten gegangen ist in diesem V6-Motor, sondern es ist errechnet aus der gefahrenen Kilometerzahl und ungefähr durchschnittlichen Drehzahl. Du musst deine Frage natürlich bitte noch präzisieren. Willst du sie für das Werksteam haben? Willst du sie für Louis, für George, für alle Mercedes-gepowerten Fahrzeuge? Ich hätte ganz gerne für den ehemaligen Mercedes-Testfahrer Sam Bird. Null. Na gut, dann lassen wir das. Gut, dann kommen wir zu meinem eigentlichen Funfact nach diesem kleinen Exkurs. Achso, ich dachte, das wäre jetzt schon der Funfact gewesen. Nein, das war ja nur der Funfact, der angeregt wurde durch eure Zahlen. Achso, achso. Der eigentliche Funfact, der betrifft natürlich jetzt den Australien Grand Prix, der bevorsteht vor diesem Wochenende. Und da sind Wiederholungssieger, die Back-to-Back-Rennen gewonnen haben in der Formel 1, tatsächlich eine Seltenheit. In 27 Grands Prix haben das nur vier Fahrer bislang geschafft. Der erste war Damon Hill, 95, 96. Danach Michael Schumacher, der hat es natürlich dann gleich richtig gemacht, dreimal hintereinander, 2000 bis 2002. Und zwei. Danach haben es noch zwei geschafft. Einmal Janssen Button, 2009 und 2010. Und später noch der letzte, Sebastian Vettel. Das heißt, zwei Deutsche, zwei Briten. Vettel war 2017 und 2018 schon mit Ferrari dort erfolgreich. Back-to-Back in Australien. Und Christian meldet sich schon, der will dazu sicherlich noch einen Funfact loswerden. Ja, ich habe heute in Vorbereitung auf das bevorstehende Rennwochenende, habe ich mich natürlich hervorragend vorbereitet, wie man das so macht. Und dabei ist mir tatsächlich auch das aufgefallen, dass Sebastian Vettel 17 und 18 im Ferrari gewonnen hat. Und der Funfact ist, dass Vettel mehr Melbourne-Siege mit Ferrari hat als mit Red Bull. Das kann man sich irgendwie kaum vorstellen, ist aber so. Und Vettel hat auch mehr Melbourne-Siege total als Lewis Hamilton. Hamilton hat nämlich nur zweimal gewonnen in Melbourne. Das kann man irgendwie auch kaum glauben. Es war überraschend auch die letzten Jahre. 2008 und 2015. Es war überraschend, wie wenig da an gleichen Siegern waren. Die letzten drei Jahre haben auch drei verschiedene Fahrer aus drei verschiedenen Teams gewonnen. Mit Verstappen, Leclerc und Bottas. Bottas, ich wiederhole. Bottas. Das heißt, das ist... Dieser Melbourne-Sieg von Leclerc, das war so ein... Irgendwie... Ich kann mich noch erinnern, das war 2022. Das war die erste Saison des neuen Reglements. Und das war damals auch das dritte Rennen, wenn ich mich recht entsinne. Das erste hatte er gewonnen in Bahrain. Und dann ist... Ich glaube, Verstappen ist ja ausgefallen in Bahrain, wenn ich mich recht erinnere. Dann hat Verstappen das zweite Rennen in Chilla gewonnen. Leclerc wurde zweiter. Und dann ist Verstappen ausgeschieden in Melbourne. Und Leclerc hat gewonnen. Und Leclerc hatte zu diesem Zeitpunkt schon einen riesen Vorsprung im Rennen. Der hat den Red Bull versägt. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob er ausgefallen ist. Auf jeden Fall war er schon richtig, richtig, richtig weit hinten. Und dann dachte man zu diesem Zeitpunkt, boah, das wird eine langweilige WM. Ferrari fährt da allen vorne davon. Und ja, die Saison wurde dann noch langweiliger, aber nicht, weil Ferrari allen davon gefahren ist. Und das Gute ist, all das, zehn Minuten später, war immer noch nicht mal ein Funfact. Denn das war nur die Herleitung des Ganzen. Die letzten drei Jahre, wie gesagt, drei Sieger aus drei Teams. Aber die längste Serie verschiedener Sieger, die ging über sieben Jahre hinweg, von 2003 bis 2009. Mit den sieben Siegern David Colzart, Michael Schumacher, Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso, Kimi Raykönnen, Lewis Hamilton und Jenson Button. Eine illustre Reihe an Formel-1-Fahrern. Robert ist die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Ich möchte ja irgendwas Schlaues zu sagen, aber ich lasse das einfach mal so stehen. Manchmal muss man Dinge auch einfach mal anerkennen und sagen, herzlichen Glückwunsch an dieses illustre Septe. 15 Jahre später. Auch irgendwie verrückt, dass Schumi damals, also von 2000 bis 2002, dreimal hintereinander gewonnen hat. Und während er zuvor in seiner ganzen Karriere dort noch nicht gewinnen konnte. In Melbourne, also dann gleich richtig. Wenn es läuft, dann läuft es. Wenn, dann richtig. Genau, dann würde ich sagen, weiter geht es. Bei uns läuft es nämlich auch gerade. Wir haben schon 20 Minuten hinter uns und fangen vielleicht mal so langsam an, in die richtigen Themen reinzukommen. Und das machen wir mit unserer Rubrik Paddock Talk. Da sprechen wir darüber, was wir so an den Rennstrecken oder an den Events dieser Motorsportwelt erlebt haben oder welche Themen uns aus der vergangenen Woche so ansprechen, anspringen, dass wir ein bisschen darüber reden wollen oder welche Meinung wir dazu haben. Und in der Introduction, Robert, habe ich ja schon angesprochen, du warst derjenige, der unterwegs war seit unserer letzten Ausgabe hier. Erzähl uns doch mal, wo du da warst und was da so abging. Ja, also zwar nicht wie normalerweise am Wochenende, aber zu Beginn dieser Woche, nämlich am Montag, war ich mit dem lieben Team Abts Sportsline unterwegs und zwar in Österreich, genauer gesagt im Ötztal in Gurgel. Ein sehr mondänes Skigebiet, 300 Kilometer ungefähr südlich von München gelegen. Und da hatten wir ein ganz, ganz tolles Event gehabt. Und die Äbte, die ja sowieso fürs Feiern seit Jahrzehnten bekannt sind, hatten sehr, sehr viele Journalisten eingeladen, darunter eben wir und noch circa 20 weitere. Dann waren da noch ungefähr weitere 100 geladene Gäste. Also ihr seht schon, es war ein relativ großes Event. Und da hat man unter anderem den Lamborghini vorgestellt, mit dem Abts Sportsline dann dieses Jahr wieder beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring starten wird. Das Auto war noch nicht bekannt. Man wusste nur, dass sie wieder mit dem Lambo fahren. Okay, und man hat nicht nur das Auto wirklich dahin gebracht, transportiert, enthüllt und die Fahrer auch noch dazu gestellt, sondern einfach das in so ein riesengroßes Fan-Event quasi eingebettet. Also da war auch eine dreistellige Zahl an Menschen. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Skigebiet. Das ist jetzt nicht gerade das Einzugsgebiet für Automobile oder Motorsportliebhaber. Und umso beeindruckender war es, wie viele einfach auch Menschen, die da eigentlich noch tagsüber Skifahren waren, abends da ins Ortszentrum gekommen sind, um sich das ganze Ding anzuschauen. Die Äbte hatten wir wirklich schön aufgefahren. Also neben dem Lamborghini war dann noch dieser verrückte Abt XGT, also der Rennwagen für die Straße. Den gibt es nur 99 Mal, der kostet wahnsinnig viel Geld. Dann war da noch ein Audi R2. Das ist dieses DTM-Innovationstaxi von Schaeffler, so heißt es. Haufenweise RS6 und was weiß ich. Alles, was wir uns wahrscheinlich nicht leisten können, aber was wir gerne mal fahren dürfen. Von daher Grüß an die Äbte. Vielleicht darf ich den XGT dann doch mal irgendwann fahren. Ich glaube, ich würde das ganz gut hinbekommen. Jedenfalls, Hauptprogramm war also der Lamborghini für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Und das Besondere daran ist, der wird auch von Red Bull dieses Jahr gesponsert. Genauso wie in der DTM, wo die Äbte ja noch mit Audis an den Start gehen. Und Red Bull hat jetzt gesagt, okay, wir machen euer komplettes GT3-Programm. Und das heißt, es wird also einen Red Bull Lamborghini geben. Und das muss ich euch, Formel-1-Experten, nicht sagen. Aber der Name Red Bull hat natürlich schon einen gewissen Wert, auch im Motorsport. Und er hatte sich ja doch sehr aus dem GT3 zurückgezogen. Und jetzt sind sie mit den Äbten wieder da. Das ist ja früher ein langjähriger Partner gewesen von den Äbten. Du hattest es im letzten Podcast erst erzählt, Robert. Ja, ganz genau richtig. Also jetzt habe ich das Auto auch sehen dürfen. Die Fahrer sind auch bekannt. Das sage ich natürlich auch kurz vollständig selber. Das ist Kelvin van der Linde. Es ist der Lamborghini-Werksfahrer Marco Mapelli und der weitere Lamborghini-Werksfahrer Jordan Pepper. Die drei Jungs waren auch da. Letztes Jahr sind die Äbte mit vier Autos, mit vier Fahrern gefahren am Nürburgring. Da war noch Niki Thiem dabei. Der ist Aston-Martin-Werksfahrer. Der hat diesmal wohl keine Freigabe bekommen. Also es wird ein Dreierspann geben. Es war ein schöner Abend. Der Daniel Abt war da. Der Social-Media-Star. Früher auch mal Rennfahrer, glaube ich, kann man heute sagen. Der hat das moderiert. Er hat das sehr, sehr gut gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Auf der Bühne mit den Fans, den Zuschauern und eben den Fahrern. Eddie Mielke, bekannt als ProSieben-Kommentator der DTM, war auch vor Ort. Hat auch ein bisschen was dazu erzählt. Also ein richtig schöner Abend in einem tollen Event-Center. Das könnt ihr mal googeln. Google Karat heißt dieses Event-Center. Super neu. Sieht wirklich spektakulär aus. Da hatten wir abends dann mit über 100 Leuten einen tollen Abend. Haben da was Schönes gegessen. Natürlich auch ein bisschen was getrunken. Das muss dann schon auch sein, wenn man mit den Äbten unterwegs ist. Aber diesmal alles im Rahmen geblieben, was ich zumindest mitbekommen habe. Es gab einen DJ, DJ Bennett. Ich kannte den nicht. Ehrlich gesagt kannte den auch sonst keiner. Aber irgendjemand war da immer sehr erpischt darauf zu sagen, dass der irgendwie über 26 Millionen Streams hat. Also meiner war auch nicht dabei. Scheint aber ein netter Kerl zu sein. Das nur auch da, um das ganze Ding zu konvertieren. Ein richtig schönes Event. Und wir haben das alle sehr gefeiert, weil heutzutage gerade so im Kundensport, also mit Privatteams, ist es halt nicht mehr gang und gäbe, dass du ständig diese Medien-Event hast, so wie früher. Früher haben die Hersteller ständig was aufgefahren, gerade rund um die DTM. Das ist halt jetzt komplett vorbei. Von daher sage ich dann wirklich Hut ab an die Äbte. Auch da an den Organisator Thomas Vogt, ewig lang schon dabei, an den Marketing-Chef, das Marketing-Genie der Äbte. Harry Unflat war natürlich auch da. Die haben eine tolle Show aufgezogen. Und ich war wirklich froh, dass man auch abseits der Rennstrecke da war, noch ein bisschen quatschen konnte. Norbert Haug war da, der langjährige Mercedes-Motorsportchef. Thomas Voss war da, der ADAC-Motorsportchef, der Amtierende. Also sehr hochrangig besetzt. Wir werden dazu bestimmt eine schöne Geschichte haben im nächsten Printmagazin. Und ja, für mich eine ganz schöne Abwechslung mal an diesem Stress der Rennwochenenden zu entkommen an der Rennstrecke und einfach mal so in Ruhe ein bisschen zu quatschen. Ihr habt Fragen, sehe ich dazu. Wie hieß der DJ? DJ Bennett. War das der Gordon-Bennett-Cup, auf dem du da warst? Nein, war es tatsächlich nicht. Es war der DJ-Bennett-Auftritt. Ein sehr berühmter DJ, offenbar, wurde mir zumindest gesagt. Ich finde den jetzt auch super. Für alle, die den Funfact nicht kennen, Gordon-Bennett-Cup war damals das erste internationale Autorennen auf deutschem Boden, in dessen Rahmen dann später auch kurz danach die FIA gegründet wurde. Da habe ich doch möglicherweise an einen anderen uns bekannten Gordon-Bennett gerade gedacht. Schön, dass ich von euch noch was dazulernen kann im Motorsport. Hätte ich ja gar nicht mehr gedacht. Es gibt immer Funfacts. In welchem Jahr war das? In diesem Jahr wurde auch ein ganz toller Fußballverein gegründet. War es wahrscheinlich Werder Bremen? Nein, nicht der Tabellenführer. Dann tippe ich jetzt einfach mal auf 1904, aber nur so eine Schätzung. Exakt. Also du kannst kein toller Fußballverein sein. Ei, 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 ei. Gut, dass wir hier keinen Fußball-Podcast machen. Gut, dass wir keinen Fußball-Podcast machen, absolut, ja. Jedenfalls wirklich ein cooles Event. Was wir da jetzt daraus festhalten können aus deiner schönen Geschichte, ganz kurz zusammengefasst. Du wurdest für so ein XGT schon mal das Fahrrad deiner Freundin eintauschen. Da müsste ich tatsächlich vorher nachfragen. Also so einfach kann ich das jetzt nicht. Ich kann das, die Entscheidung darf ich jetzt nicht selber treffen. Aber ich sage mal so, ich hätte das eine oder andere ganz gute Argument, um so einen Tausch vielleicht zu forcieren. Ja, doch, das ist eigentlich eine gute Idee. Das werde ich mir mal notieren auf meiner unsichtbaren Schriftgeschichte. Das zeigt, wer Chef zu Hause ist. Sagt ja, Transparenz und man ist ja auch ehrlich. Und wer weiß, wenn meine Freundin den Podcast am Ende hört, dann muss ich natürlich auch super aufpassen. Die hört den ganz bestimmt, wie auch viele andere Menschen. Jedenfalls, das muss ich natürlich auch noch sagen. Ich musste am Dienstag schon wieder zurückfahren, ein bisschen vorzeitig abreisen. Schade, weil ich einen Termin hatte hier in München. Denn die restlichen Journalisten und die Rennfahrer, die sind noch weitergezogen. Und zwar auf die Skipiste. Die sind mit so Skidos, heißt das so, Skimobilen, haben die ein Rennen ausgetragen. Da soll es auch wild und teilweise unfair zur Sache gegangen sein. Klar, sowas will man gewinnen. Und das, obwohl wir nicht dabei waren. Habe ich mir auch gedacht. Tatsächlich war unser lieber Mitarbeiter der Arno, der ist noch da geblieben, hat sich das angeschaut. Und natürlich darüber zu berichten, falls sich da irgendwelche Skandale eignen sollten. Es ist alles noch im Rahmen geblieben. Ich glaube, Calvin van der Linde und sein Team haben das Rennen dann auch am Ende gewonnen. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an KVDL. Und ja, wirklich ein schönes, rundes Event über zwei Tage. Also wenn es um Wettbewerbe, Kartrennen oder sowas geht, das ist klar, wenn Christian nicht dabei ist. Das ist schon mal ein Affront. Und wenn es um Ski geht, ist es eigentlich auch ein Affront, wenn Markus nicht dabei ist. Also der ist ja bei der Ducati-Schneewoche auch immer voll im Einsatz. Die fahren da ja gefühlt acht Tage lang nur Ski und stellen zwischendrin mal das Motorrad hin. Ja, als Robert gerade meinte, ja, als er dann vorzeitig abreisen musste, dann ging es danach richtig zur Sache. Dann haben die dort gebliebenen Journalisten, da dachte ich, die haben dann so einen GTX geschenkt bekommen oder sowas. Genau. Mist aber auch, dass ich das verpasst habe. Nein, aber ein Foto habe ich zumindest mitgebracht. Zeigen wir auch im nächsten Printmagazin, zumindest voraussichtlich. Also das war auf jeden Fall ein cooles Event. So, jetzt sage ich noch ganz, ganz kurz nur was, weil wir haben ja schon bei meinen Funfacts drüber gesprochen. Am Wochenende war doch ein bisschen Motorsport, nämlich die Formel E in Sao Paulo. Und ja, Sam Bird, haben wir schon erzählt, Rennen gewonnen. Das Coole ist aber, die letzte Runde, die habe ich relativ häufig auf Twitter auch so im Nicht-Formel-E-Kontext gesehen. Also die ging relativ rund. Deshalb gab es ein tolles Überholmanöver von Bird in der letzten Kurve. Letzte Kurve, letzte Runde, Krimi kann man fast schon sagen, hätte ein ehemaliger Motorsport-Chef erzählt. Und das ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Teamkollegen bei Jaguar, nämlich Mitch Evans. Und wenn man die Vorgeschichte kennt, letztes Jahr hat Sam Bird Mitch Evans zweimal in der Saison abgeschossen. Das hat ihn wirklich den Titel, den ersten Titel gekostet. Eigentlich unfassbar. Dann hat der Sam Bird, zeigt er trotzdem noch diese Cojones und fährt das Manöver, schafft es auch. Es war sehr sauber und gewinnt damit das Rennen. Also das ist dann wieder super. Also letzte Runde Formel E kann man sich auf jeden Fall mal geben. Den Rest vom Rennen, das war diese üblichen Energiesparschlachten, die wirklich, ich mag sie nicht. Das habe ich auch sehr deutlich gemacht. Bleibe auch dabei. Dieses widerliche gegenseitig Vorbeiwinken hat für mich nichts mit Motorsport zu tun. Ist ein notwendiges Übel in der Formel E dieses Jahr. Zum Glück wird es dann nächstes Jahr hoffentlich damit enden. Aber ansonsten, die letzte Runde Formel E kann man sich wirklich mal angeben. Auch der Kampf um Platz 3. Ich glaube, die drei Fahrräder, das waren Oliver Rowland, Jake Dennis und Pascal Wehrlein, der Porsche-Fahrer, die waren am Ende um 1,5 Zehntel getrennt beim Zieleinlauf. Also das ist dann schon wirklich cool anzuschauen. Von daher sage ich, gut, kann man machen. Highlights reichen dann aber auch tatsächlich aus. Aber hat so ein bisschen was von Tour de France, oder? Ja, wenn man das, aber Tour de France würde man damit ja eigentlich auch ein bisschen beleidigen. Also dieses Hinterherfahren, andere vorbeiwinken, das hat einfach nichts mit Rennsport zu tun in meinen Augen. Dabei bleibe ich auch. Das haben wir auch sehr laut und meinungsstark kundgetan. Sowohl in persönlichen Gesprächen mit der Formel E als auch in späteren Online-Artikeln. Es hat sich nichts geändert. Es wird auch so bleiben. Da braucht jetzt keiner zu glauben, dass die nächsten Rennen wieder Vollgas bis zur Ziellinie werden. Es wird noch einige Rennen geben, die genauso ablaufen werden. Aber okay, it is what it is. Das hätte Kimi gesagt. Ja. Aber wenn wir uns jetzt hier schon in unserer Rubrik Paddock Talk befinden, jemand, der gerade auf dem Weg in den Paddock ist, hat mir gerade geschrieben. Und deswegen schöne Grüße von unserem Christian Menak, Lookalike, Markus Zerwig. Grüße. Irgendwo auf dem Weg nach Portugal. Oh, gut. Ein wundervoller Ort, muss man sagen. Also, ich will jetzt keine Werbung machen für die Algarve. Aber die Formel 1 ist ja durch Corona in den Genuss gekommen, mal da runter zu fliegen. Und ich war absolut begeistert. Also, ich hätte wahrscheinlich privat sonst nie dort Urlaub gemacht. Aber ich glaube, ein, zwei Jahre später bin ich einfach mal hingeflogen, weil ich fand es so schön. Ich beneide ihn jetzt ein bisschen, den Kollegen Zerwig. Jetzt muss er höchstwahrscheinlich auch noch ein bisschen arbeiten tagsüber, aber vielleicht. Naja, also, du weißt ja, die Skiwochen, die Ducati Skiwochen, die Portimao Superbock Wochen, wie das schöne Bier dort heißt, Superbock. Ah, herrlich, da wäre ich jetzt auch gerne. Ich finde es toll, dass wir jetzt schon bei Skiwochen im Plural sind. Ich finde es toll, dass du von Arbeit sprichst, als ob wir hier arbeiten würden. Gerüchten zufolge sind die dort mehr Rennen gefahren als der Skiweltcup zum eigentlichen Auftakt. Oh, da muss ich noch mal ein ganz begrenztes Wintersport wissen. Das muss jetzt natürlich auch noch schnell zum Tragen kommen. Denn bei dem Upd-Event in Gogel, da waren natürlich nicht nur Rennfahrer und Funktionäre, da waren sogar zwei absolute Skistars, habe ich mir sagen lassen. Nämlich Dave Riding aus Großbritannien. Der ist in irgendeinem Wettcup-Ding sehr Siebter geworden. Das war sein bestes Ergebnis, hat er sich sehr drüber gefreut. Und Linus Strasser, ich glaube, der ist etwas mehr ein Begriff. Scheint auch ein Motorsport-Fan zu sein. Ja, gerade zurückgetreten. Ja, absolut, aber sehr große Karriere auf jeden Fall. Ganz bekannter Typ. Und ich fand es ganz witzig, die Zuschauer, die da waren, als der Linus Strasser auf der Bühne war, wurde der tatsächlich noch etwas mehr angefeuert als die Rennfahrer, die dann später folgten bei einem Auto-Event. Fand ich dann aber sehr sympathisch. Aber alle haben dann ihren Applaus bekommen. Aber auch da ist es schön, dass mal Motorsport auch mal andere Sportarten trifft. Das hat man ja heutzutage viel zu selten, muss man ja auch mal dazu sagen. Übrigens muss ich jetzt noch korrigieren. Linus Strasser ist natürlich nicht zurückgetreten. Ich habe das mit Ihnen, mit Thomas Dresen verwechselt. Deswegen habe ich die Klappe gehalten und dich einfach ins Leere laufen lassen. Dann stelle ich jetzt die Frage, wo kann ich den Antrag stellen, dass irgendein Weltcup-Ding zum offiziellen Begriff wird? Bevor jetzt so eine unangenehme Pause kommt, quatsche ich einfach dazwischen und sage, ich habe absolut keine Ahnung, was du mir damit sagen möchtest. Du hast eben gesagt, er hat irgend so ein Weltcup-Ding als Siebter beendet. Ja, so ein Weltcup-Ding. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Weltcup-Ding war oder ob das Wettcup-Ding war, weil ich habe es nicht ganz verstanden hier. Also das sollten wir vielleicht nochmal einspielen, das kann man ja beim Podcast machen. Ich glaube, er hat Weltcup-Ding gesagt, aber ich wusste nicht, was das sein soll. Ich dachte, so ein Weltcup-Ding, das sei so ein Ding halt, so ein Begriff aus diesem Wintersportler. Nein, wir wollen uns nicht über Wintersportler lustig machen, ja, da sind wir weit von entfernt. Da haben wir wirklich großen Respekt vor. Robert hat das schon gemacht, als er selbst mal Ski gefahren ist, glaube ich. Ja, das ist schon lange her, das letzte Mal in Livigno mit Ferrari tatsächlich, das ist eine andere Geschichte. Aber das letzte Mal in einem Rennbob habe ich gesessen, auch vor einigen Jahren, zusammen mit Rennfahrern. Und seitdem ich das mal machen durfte am Königssee, mit einem deutschen Post-Speed-Academy-Rennbob, Viererbob darunter. Vogue-WM, man kennt die Arena am Königssee. Sage ich, habe ich riesengroßen Respekt vor Wintersportlern, ja. Also von daher, kein böses Wort davon uns. Nein, aber wenn wir eh schon abdriften, und das ist ja bei uns normal und in dieser Rubrik hier sowieso erwünscht und gewollt. Du warst auch mal bei einem anderen Schnee-Event, du warst leider nicht mit dabei als Verstappen mit den Spikes, die den Berg runtergefahren ist. Aber bei Ferrari warst du doch mal bei so einem schönen Schnee- und Eis-Event auf der See. Ja, ich war sowohl, wie ich gerade sagte, in Livigno damals mit Ferrari, genau. Da war Giancarlo Fisichella, das ist damals am Steuer von irgendeinem alten Ferrari. Ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, ich wollte damals mit Giancarlo Fisichella über die Formel 1 sprechen. Dann kam die irgendeine Ferrari-Sprecherin und sagte, ja, aber bitte nicht über Formel 1 sprechen. Und dann bin ich gegangen. Liefst du damals wieder so gut für Ferrari? Damals lief es echt nicht gut für Ferrari, ich erinnere mich noch, das war das 2014 oder sowas. Ich weiß aber noch, dass ich, einen Tag später war ich noch driften und zwar mit dem letzten Pole-Setter in Le Mans. Antonio Fuoco, der war damals noch irgendetwas und der saß damals am Steuer, als wir da mit Autos über den Schnee gedriftet sind. Und ganz witzig eigentlich, den dann irgendwie zehn Jahre später wieder in Le Mans auf der Pole-Position zu sehen. Und bei dem Verstappen auf Spikes-Event war ich tatsächlich auch Stefan. Das war damals alles in einem Jahr, glaube ich sogar. Das war in der Nähe von Kitzbühel, da ging es doch die Streife oder die Mausefalle oder was auch immer da ist, ging es doch da rasant drauf und runter. Ja, das waren noch Zeiten. Ich kann mich nur an das Ferrari-Video erinnern, das heißt, wer wagemutig ist, kann sich auf unserem YouTube-Kanal noch auf die Suche danach begeben. Er hat sogar ein Video mit Verstappen damals gemacht. Ja, genau, richtig. Ja, das war, als er damals gerade, glaube ich, frisch nach Monaco gezogen ist, wenn ich es noch irgendwo richtig im Kopf habe, das ist auch schon ein paar Jahre her, wohnt er noch da? Ja, in der Tat. Oh, das freut mich, das ist ja sehr schön. Da müssen wir ihn eigentlich mal wieder besuchen gehen. Den kennen wir ja vom FIFA. Hat sich da gut eingelebt. Das freut mich. Da kann man sich auch ganz gut einleben, habe ich gehört, in Monaco. Da wohnt ja der ein oder andere Rennfahrer. Das ist jetzt mal komplett off-topic eigentlich, aber ich glaube, so ein Podcast hier ist das richtige Format dafür. Würdet ihr als Rennfahrer nach Monaco ziehen? Ja. Sofort. Ist das die Antwort? Ja, okay. Sofort. Ja, natürlich. Da ist immer gutes Wetter. Und da wohnen ja auch einige deutschsprachige oder deutsche Rennfahrer. Unter anderem der Maximilian Günther ist da von der Zeit hingefahren, ist ja Formel-E-Fahrer für Maserati. Und mit dem habe ich mich mal drüber unterhalten. Auch mit André Lotterer, der wohnt da auch, dreifacher Le Mans-Sieger. Und ich habe mal gefragt, warum seid ihr eigentlich alle in Monaco? Nur wegen Steuern und weil es da irgendwie günstiger ist? Ich mir dachte ja, wenn du was kaufen musst, das kostet ja auch schon ordentlich viel Geld. Und die haben gesagt, nee, weil da so viele Profisportler sind, trifft man sich irgendwo. Und die Trainingsgelegenheiten sind Weltklasse. Und der Flughafen in Nizza ist auch ziemlich nahegelegen. Also, ja, das wollte wahrscheinlich keiner so richtig sagen, das hat auch schon einen steuerlichen Vorteil. Aber es gibt auch ein paar wirklich gute Argumente, gerade für Profisportler. Das sind ja auch, glaube ich, ganz viele Tennissportler, die sich da zusammentreffen. Und das erzählen die Fahrer auch immer. Da sind sie mit irgendwelchen Tennis-Stars da irgendwie im Gym am Trainieren. Da gibt es angeblich auch solche deutsche Abende, sage ich jetzt mal ganz doof. Oder alle möglichen deutschen mehr oder weniger Promis. Ja, Muki ist da auch bei so einem deutschen Stammtisch. Ah, genau, so ein deutscher Stammtisch. Ja, siehste, das ist ein bekanntes Thema über jeglichen Sport hinweg oder Muttersport hinweg. Also, ich fände das nett, mit dem Hülkenberg abends da irgendwie so ein paar Muscheln oder irgendwas aus dann zu schlürfen. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja, doch. Das heißt, du wirst da eigentlich nur hin, damit du all deine Fahrradtouren machen kannst, weil es geht ja ums Training. Viel mit Essen und Steuern zu tun, tatsächlich dann auch bei mir. Aber die Fahrradtouren, ja, natürlich, das sind die optimalen Bedingungen, um da Fahrrad zu fahren, wegen Reifendruck und so, ja. Ja, aber wieso ich die Frage mal so reingeworfen habe, wir diskutieren da ganz gerne mal im Fahrerlager, also nicht mit den Fahrern, die haben da ihre eigene Meinung. Aber ich finde das krass, wenn du dann oftmals Trainingsfotos siehst, weil du die Trainingsbedingungen auch angesprochen hast, die trainieren ja oftmals auf dem Balkon. Also, Verstappen, glaube ich, sieht man ganz viele Trainingsbilder vom Balkon, wie der seine, ich weiß nicht, wie man das nennt, sein Trainingscenter da aufgebaut hat. Und ich denke mir, wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich da nicht in so einer verhältnismäßig beengten Wohnung irgendwie mit Balkon residieren, wo ich dann da trainieren muss, wenn ich mein eigenes haben will. Also das finde ich irgendwie, wer vielleicht schon in Monaco war, der weiß ja, wie es dort eigentlich aussieht, wenn du da durch diese Gassen gehst. So wirklich schön ist das ja eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, wenn du so viel Schotter bezahlst für so eine kleine Wohnung, dann willst du halt jede freie Minute da verbringen. Dann willst du in München sein. Genau, ja, richtig, ja. Dann will man eigentlich in München sein. Ich sage auch mal, für die ganzen Mieten, die ich hier zahle, brauche ich eigentlich gar nicht mehr, das Haus zu verlassen. Da möchte ich auch jede Minute genießen. Vielleicht geht es den Wahlmunnegassen, wie wir immer so gerne sagen und schreiben, vielleicht eher ähnlich. Oh ja, bitte. Aber ich wäre da Team Vettel. Also Team Vettel, Team Schumi. Ja, irgendwie, glaube ich, in die Schweiz. Da brauchst du dir ähnlich gut steuern, kannst ähnlich anonym leben und die Sprache ist in Teilen zumindest ganz einfach zu erlernen für uns. Die Landschaft ist auch wunderschön dort und ich glaube, du hast deine Ruhe und hast deinen Raum und musst dann nicht. Also Monaco, man muss wirklich mal ganz ehrlich sein, jeder, der mal die Gelegenheit hat, geht doch einfach mal durch diese Gassen und schaut euch die Häuser mal einzeln an. Wenn du das so im Gesamten siehst, sieht das immer spektakulär aus und auch am Rennwochenende, wenn du dann so oben rumfährst und berg- und runterschaust, sieht schon echt geil aus dann, wenn du das Meer siehst, wenn du da unendlich viele Schiffe siehst auf dem Meer. Aber wenn du dir das mal ganz nüchtern im wahrsten Sinne des Wortes auch mal anschaust, diese einzelnen Häuser und so, da willst du doch eigentlich nicht leben. Also da kannst du auch irgendwo, ich will jetzt keine Stadt Deutschland oder sonst wo beleidigen, aber das ist doch wirklich nicht schön. Aber gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich meine, der Vorteil in der Schweiz ist, auch Roger ist nicht so weit weg. Oh stimmt, Roger, Schumi und Vettel, also da braucht man gar nicht länger diskutieren. Das ist Schweizer Hattrick. Und Autofahren ist auch in beiden Ländern der Horror. Also kein Vorteil da für Monaco. Also für Monaco haben wir jetzt wenig gehört, außer der Aussage, dass man dort ja mit anderen trainieren kann, aber dann trainieren sie eh alle auf dem Balkon. Also macht es eigentlich keinen Sinn. Vielleicht winken die sich so einfach zu, so über die Häuser schluchten entdeckt und dann sagen, guten Morgen Nico Hülkenberg und schönen guten Morgen Maxi Günther. So wie ich früher das LAN-Kabel aus dem Haus geworfen habe, zum Nachbarn rüber. Der hat dann das LAN-Kabel reingezogen und dann hat man Formel 1 gegeneinander gezockt. F1, 99 bis 2002 oder wie das damals hieß, über LAN-Kabel, das war nach Zeiten. So machen die das wahrscheinlich auch. Die werfen sich dann den Energy Drink hin und her oder den Protein-Shake. Das klingt so ein bisschen nach so einer Knastgeschichte, ehrlich gesagt. Irgendwelche Kabel runterlassen, um irgendwelche Dinge weiterzugeben, aber da wollen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Vielleicht machen sie es in Monaco auch so. Spar doch Porto, ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir sind an einer heißen Geschichte auf der Spur. Da müssen wir eigentlich mal wieder nüchtern, ausnahmsweise mal nach Monaco. Ihr seht das schon hier. Nächster Podcast dann bitte aus Monte Carlo. Und ein Punkt, den du noch genannt hast, das Wetter sei dort immer so gut. Also irgendwie bin ich dann zur falschen Zeit in Monaco, aber so richtig gut ist das selten, wenn ich dort bin. Das ist schon so ein angenehmes Klima da unten an der Côte d'Azur. Also das finde ich schon echt gut. Das hat mir mal ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich war ja ein paar Mal mit der Formel E da. Formel 1 kenne ich nicht, aber Formel E war ich ein paar Mal da. Und Christian, ich vermute... Vielleicht, weil die nicht so viel Lärm und so viel Feinstaub und was auch immer produzieren. Deswegen ist bestimmt das Wetter besser. Das weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall mitten in Monaco gewohnt. Da war mein Hotel. Ich war fußläufig zur Rennstrecke weg. Du wahrscheinlich auch, wenn du mit der Formel 1 da warst, oder? Ja, ja. Ich bin da immer auf den großen Yachten. Da warst du genau auf der Yacht direkt. Klingt alles realistisch. Ja, im Ruderboot. Deswegen Monaco für mich ganz easy. Da habe ich gar nichts mit Nizza zu tun. Einfach direkt in Monaco bleiben, schöne Pizza essen, auf dem Weg zur Strecke passt. Danke. Ab nach Monaco. Gut, nach diesen Paddock-Weisheiten zum Abschluss vielleicht noch mal ein kurzer Blick auf die News. Denn Christian verbringt seine Zeit aktuell entweder mit Baustellen oder mit der FIA. FIA hast du ein langes Interview geführt und heute etwas revealed. Jetzt nicht so krass, wie wir eben revealed haben und die heiße Geschichte, die wir entdeckt haben. Aber was ganz anderes. Ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich mich immer außerordentlich hervorragend auf die Rennwochenenden vorbereite. Und dazu gehört natürlich auch immer die Dokumente der FIA durchzulesen. Und da gibt es ganz am Anfang eines Wochenendes immer ein Dokument, von dessen Existenz die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen. Da geht es nämlich um einen Technik-Check des vorangegangenen Grand Prix. Seit ein, zwei, drei Jahren gibt es ja die neue Regel, dass nach jedem Rennen ein Auto auf gewisse Komponenten genauer untersucht wird. Man kann ja nicht jedes Auto auf jede einzelne Regel überprüfen. Das ist völlig unmöglich. Also hat man gesagt, man macht so komplette Stichproben, ganz random und sucht sich dann ein Auto der Top Ten aus und schaut sich dann eine Baugruppe genauer an. Und das dauert dann eben relativ lange, bis das alles fix ist. Und deswegen gibt es dann die Entscheidung oder das Dokument erst am nächsten Rennwochenende. Und dieses Dokument habe ich dann angeklickt, habe gesehen, ja okay, bei Max Verstappen hat man viele Fahrwerkskomponenten überprüft, Federdämpfereinheit und so weiter. War alles in conformity, wie es immer so schön heißt. Also kein Regelbruch, gar nichts. Jetzt fragt ihr euch, wo kommt die Geschichte, oder? Wo kommt denn die Geschichte? Wenn alles okay ist. Ja, dann habe ich gesehen, wer dieses Dokument unterzeichnet hat. Und das war nicht Joe Bauer. Und nochmal, also Joe Bauer ist der technische Delegierte der FIA und der überprüft die Autos immer mit seinem Team auf Rechtmäßigkeit. Und dann habe ich mich gewundert, was ist denn da los? Dann habe ich bei der FIA nachgefragt und dann hat man mir tatsächlich gesagt, ich sei der Erste, dem das Ganze aufgefallen ist. Joe Bauer hatte einen kleinen Unfall und deswegen ist er nicht in Australien an diesem Wochenende. Und das ist schon bemerkenswert, weil, und jetzt komme ich wieder zurück zu Rennanzahlen. Roger Benoit hat 800 insgesamt in seiner Journalistenlaufbahn begleitet. Joe Bauer hat die letzten 528 Grand Prix am Stück gemacht. Seit Saisonauftakt 1997 hat er bei keinem einzigen Rennen gefehlt. Er wurde damals Nachfolger von Charlie Whiting. Charlie Whiting ging dann in die Rennleitung. Und Joe Bauer, der Deutsche, der hat den Job des technischen Delegierten übernommen. Und ja, das hat mich schon, was heißt schockiert erstmal, aber man denkt sich, oh, was ist da los? Es gibt ja doch immer mal wieder personelle Veränderungen bei der FIA, aber in dem Fall ist es nur offenbar, in Anführungsstrichen, nur ein kleiner Unfall. Und er ist deswegen nicht nach Australien gekommen. Heute Tag der großen Zahlen. Aber es ist, ich meine, 528 Rennen, das musst du auch mal schaffen, seit 1997 quasi. Aber mit diesen ganzen Reisestrapazen, jedes einzelne Rennen, jeden Test und kein einziges Mal krank zu sein und alles dabei, das ist ja irre. Man kann sich auch mal ausrechnen. Entschuldigung, ja Robert? Nö, ich belege gerade, sinniere gerade darüber, ich meine, wir suchen ja immer Mitarbeiter. Glaubst du, der Joe Bauer, wenn der wieder fit ist, dass das vielleicht einer für uns wäre? Ich meine, der scheint mir sehr zuverlässig zu sein, der Mann. Der hat auch eine relativ gute Kompetenz. Ich glaube, der kennt sich ganz gut aus. Da würde ich mir ein paar, so ein paar Jobs stellen bei uns. Könnte ich mir vorstellen, könnte der besetzen eigentlich. Sag dem mal Bescheid, Christian, bitte, wenn er dann wieder fit ist und wieder an der Strecke kommt. Und ich glaube, es gäbe keine unpassendere Person für uns, denn Joe Bauer spricht nicht. Also er spricht nicht mit uns Medien. Ich habe schon vor, was weiß ich wie vielen Jahren bei der FIA angefragt, ob wir da mal vielleicht ein Interview machen können. Ich will ja keine Technik-Insights aus ihm da rausklopfen. Ich will ja nur über seinen Werdegang und über seinen Job an sich. Aber das blieb uns bislang verwert. Vielleicht jetzt bei der FIA gab es ja auch ein paar Änderungen, auch kommunikationstechnisch. Vielleicht wäre das jetzt einmal eine gute Gelegenheit, da nochmal anzuklopfen. Aber ja, Joe Bauer, sehr, sehr medienscheu. Ich meine, klar, dass der Angst hat, da irgendwas auszuplappern und so. Der sieht jedes Auto, jedes Detail. Da würde man gerne mal so eine, wie heißt es, Google Glasses, gibt es das überhaupt noch? Das würde man ihm gerne mal aufsetzen und dann einfach den ganzen Tag mitschauen. Ich dachte, das hieße jetzt. Stefan Lacht, gibt es das noch? Nein, heißt es nicht Apple irgendwas? Das ist was anderes. Taucherbrille? Taucher ist nicht. Genau, diese Taucherbrille. Die sind noch größer als eine Taucherbrille. Oder Skibrille. Ich hätte die ganz gerne tatsächlich, aber die soll relativ teuer sein, habe ich gehört. Von daher warte ich mal, bis die in Sale kommt. Ich warte, bis die ein bisschen günstiger wird. Vom Hören und Sagen. Apple-Produkte, ja, die sind manchmal ein bisschen höhere. Aber wenn Joe Bauer die am Rennwochenende tragen würde und ich das dann alles sehe, da würde ich sogar, ich glaube, das Geld würde ich bezahlen, um das dann alles sehen zu können. Das würde ich mir im Relief anschauen. Ich glaube, da gibt es auch den ein oder anderen technischen Direktor in der Formel 1, der das Geld auch bezahlen würde. Ja, das wäre eine gute Möglichkeit, um die Teams zu erpressen, dass sie uns dann viel Geld geben. Also auf jeden Fall sind wir sehr kreativ. Das kann uns jetzt mit Sicherheit keiner absprechen, wie man hier irgendwie... Leicht illegal, aber kreativ. Aber an der Stelle auf jeden Fall mal eine gute Besserung in Richtung Joe Bauer. Auch wenn er nicht spricht, oder was heißt nicht spricht, man grüßt sich, wenn man sich über den Weg läuft. Aber ich meine, tatsächlich ist das ja eigentlich eine ungewöhnliche und sehr angenehme, wenn man will, Eigenschaft in der Formel 1, wenn jemand nicht spricht, weil es gibt viele in diesem Fahrerlager, die zu viel sprechen und zu viel sprechen wollen, würde ich mal behaupten. Und da ist es eigentlich eine sehr angenehme Erscheinung für uns jetzt in dem Sinne nicht, weil wir damit nicht arbeiten können. Aber es sagt auch viel über den Menschen aus. Aber an der Stelle mal gute Besserung. Wir hoffen, dass er dann in Japan wieder mit am Start ist. Von der FIA heißt es, das ist auf jeden Fall der Plan. sein Ersatz an diesem Wochenende ist. Und da habe ich vorhin schon mit Robert telefoniert. Ich kann aber gar nicht sagen, wie man den guten Mann ausspricht, ob der Manuel Leal oder Manuel Lille heißt. Es ist sehr, sehr schwer, was über ihn herauszufinden. Er hat auch schon WTCC-Rennen als technischer Delegierter begleitet, auch WEC-Rennen. Ja, und generell muss man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen. Es gibt ja ein ganzes Team an Scrutineers. Also das ist jetzt nicht nur Joe Bauer, der ist quasi der Oberaufseher. Und der entscheidet dann übrigens auch nicht, ob so ein Auto legal oder illegal ist. Der dokumentiert das dann nur sehr, sehr genau und leitet das dann an die Stewards weiter, die dann letztendlich die Entscheidung treffen müssen. Tatsächlich habe ich mir auch nach unserem Telefonat die Frage gestellt, wird der Mann jetzt Leal oder Lille ausgesprochen? Also jetzt schon mal die wichtigste Aufgabe für unseren nächsten Podcast. Wenn du dann zurück bist, du musst uns also dann berichten. Also das ist jetzt ein Auftrag, ganz klarer Redaktionsauftrag herauszufinden. Wie wird dieser Mann ausgesprochen? Dann hast du auch direkt ein schönes Thema, um mit dem zu quatschen. Das ist ja eigentlich wunderbar, um mal locker reinzukommen ins Gespräch. Wie wirst du ausgesprochen? Das erinnert mich an Saudi-Arabien, als Olli Bermann gefragt wurde, wie man ihn denn ausspricht. Und die Frage hat ein Native Speaker gefragt, also Native Speaker gestellt. Nicht irgendwie, dass Christian Mehnert aus Bayern da jetzt bei ihm nachgefragt hätte, ob man den jetzt Bermann oder Biermann ausspricht. Er hat ganz klar gesagt, Bermann, einfach so, wie es normalerweise heißen müsste. Und es ärgert ihn sehr, wenn das jemand falsch ausspricht. Gut, das werden wir dann auch nicht mehr machen. Aber wir können ja ein kleines Tippspiel machen. Also ich sage, der Mann heißt, wird Leal ausgesprochen. Den ich erinnere mich an einen früheren Rennfahrer. Ich glaube, er hieß Julien Leal. Jean, nee, also Gelael, jetzt war ich bei Gelael, Entschuldigung. Nee, das ist Jean Gelael, das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber ich glaube, es gab mal einen Julien Leal. Und ich bin dann Team Frankreich bei der FIA. Liegt man, glaube ich, eh manchmal ganz gut. Stefan, was glaubst du? Du hast mich überzeugt, dem schließe ich mich an. Ah, okay. Christian, dein Tipp ist natürlich auch. Der Vorname ist jetzt nicht so britisch. Ist international, so ein bisschen FIA-mäßig vielleicht, ja. Ist schwierig auf jeden Fall. Aber gut, schreibt ihr das bitte auf, Christian. Ja, und von der FIA gibt es noch Breaking News, während wir diesen Podcast hier aufnehmen. Oh. Aus dem Ethik-Komitee. Man hat sich die Vorwürfe gegen den Präsidenten angeschaut. Dem Präsidenten wurde ja vorgeworfen, er hätte sich letztes Jahr beim Saudi-Arabien-Gropri eingemischt, hätte da dafür gesorgt, dass Fernando Alonsos Strafe zurückgenommen wird, dass er aufs Podium kommt. Und angeblich hätte er sich auch noch eingemischt, wollte den Las Vegas-Gropri verhindern, wollte die Strecke nicht homologieren lassen. All das wurde jetzt vom Ethik-Komitee untersucht. Und die Vorwürfe, sie wurden zurückgewiesen. Nichts dran also. Dann haben wir jetzt doch noch die News-Flaute zur Seite geschoben und aktuelle News untergebracht. Das war es erstmal, denke ich, für unseren Paddock-Talk für diesmal. Du hast eben schon die Stewards angesprochen. Dann gehen wir doch jetzt in unsere Rubrik, die da heißt Further Investigation. Denn da wollen wir jetzt ohne Stewards, aber mal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Und als Hauptthema haben wir uns da rausgesucht, was die letzten Wochen ganz interessant und groß im Kommen war. Audi, wir wissen alle, sie wollen 2026 als Werksteam in die Formel 1 einsteigen, sauber übernehmen. Da wurde zuletzt auch bekannt gegeben, zu 100 Prozent wird das jetzt schon vorher übernommen. Nicht erst 2026 in Stufen, wie es geplant war. Denn sie müssen auch vorher schon sehr viel tun und investieren. Sauber, wenn wir zurückblicken, ist natürlich auch eine ganz, ganz lange Geschichte, die das Team hat. Und viele Inkarnationen, die es davon gibt, von dem typischen Privatteam Sauber mit Peter Sauber am Steuer, das damals mit Mercedes-Konzept bei Mercedes, wie es so schön hieß, in die Formel 1 eingestiegen ist. Später dann mit Petronas gearbeitet hat, Ferrari-Motoren eingesetzt hat, dann zum BMW-Werksteam geworden ist, dann wieder zum Sauber-Privatteam geworden ist, dann irgendwann zum Sauber-Privatteam unter dem Namen von Alfa Romeo geworden ist. Weil da war ja eigentlich schon der erste Namensfehler, wenn wir jetzt über den aktuellen Namen uns aufregen. Damals war ja auch vom Automobilhersteller nichts zu sehen. Das war ja auch nur ein Sponsoring. Jetzt zu dem, wo wir lieber den Mantel des Schweigens drüberlegen, wie das Ding jetzt heißt, zumindest offiziell. Und 26 dann offiziell Werksteam von Audi. Lange Geschichte, viel passiert. Christian, was hältst du davon? Ja, ich glaube, du hast einen entscheidenden Punkt noch vergessen. Entweder ich habe es überhört oder du hast es tatsächlich vergessen. Red Bull. Ja, Red Bull Sponsoring. Die gab es auch noch, ja. Ich glaube, das hat Peter Sauber auch bei uns im Video-Interview gesagt. Ich glaube, da haben wir ja anlässlich von 50 Jahren Sauber, also nicht nur Sauber in der Formel 1, sondern 50 Jahre generell Sauber Motorsport, haben wir mit Peter Sauber ein längeres Interview geführt. Das war zu Covid-Zeiten. Deswegen haben wir das Ganze via Zoom gemacht. Und er war da durchaus stolz drauf, einige der größten Sponsoren der Formel 1 in den Sport reingeholt zu haben, die auch heute noch in der Formel 1 sind. Das sind halt eben Red Bull. Die waren ja ganz, ganz groß. Dann, gut, mit Mercedes dann auch. Das ist jetzt kein Sponsor. Dann dürfen wir nicht Petronas vergessen. Das hast du vorhin auch schon gesagt, Stefan. Also das ist schon für so ein kleines Privatteam eine ordentliche Leistung. Also da muss man auch mal loben. Die sind ja auch super gestartet sportlich. In der ersten Saison gleich. Viele Jüngere kennen das Team jetzt vielleicht eher als Hinterbänklerteam. Aber die haben als kleines Privatteam da Anfang der 90er richtig ordentlich was gerissen. Und offenbar auch die Marketingabteilung dort, die war auch nicht ganz verkehrt. Definitiv. Dafür Applaus und Daumen nach oben. Jetzt steht der dritte Versuch als Werksteam. Möglicherweise der zweite, der tatsächlich umgesetzt wird auf dem Programm. Denn mit Mercedes hat es ja damals nicht funktioniert, als Werksteam einzusteigen. BMW hatten wir die Phase. Und jetzt dann Audi. Da ist natürlich jetzt die Frage, Sie übernehmen das Team vorher schon komplett, um investieren zu können. Aber ist das Ganze vielleicht schon zu spät? Ja, das ist die große Frage. Wer sich ein bisschen mit der Formel 1 auskennt, der weiß, so ein Team, das ist ein schwerer Tanker. Einen schweren Tanker, den kann man jetzt einfach nicht in 100 Metern abbremsen. Da dauert das ein bisschen. Oder ich weiß gar nicht, was hat ein schwerer Tanker für einen Bremsweg? Man stellt sich das nur so vor, jetzt habe ich einfach mal die 100 Meter in den Raum geworfen. Vielleicht bremst der auch viel schneller ab oder kann den Kurs anders viel schneller ändern, als man jetzt denkt. Aber was ich damit sagen will, so ein Formel 1 Team ist ein schwerfälliges Konstrukt. Wer da 2026 Erfolg haben will, der kann nicht 2026 investieren. Der kann eigentlich auch nicht 2024 investieren. Der hätte das schon früher machen müssen. Jetzt hatte Sauber so ein bisschen das Glück, dass Andreas Seidel schon früher kam. Stefan, du hast einen Einspruch. Nein, ich habe keinen Einspruch, sondern ich habe einen Fun-Fact. Und zwar den Bremsweg. Der Bremsweg eines Tankers von 200 bis 400 Metern ergibt das einen Bremsweg von maximal 4 bis 6 Kilometern. Oh ja. Tankerlänge 2 bis 400 Meter, 4 bis 6 Kilometer Bremsweg, falls dir das ausreicht. Quelle Blick CH, das heißt, Rogets Kollegen haben garantiert das korrekt recherchiert. Auf Sommerreifen. Auf Sommerreifen. Im Winter aufpassen, mit der Bremsweg länger auf. Hoher See. Wie bremst eigentlich so ein Tanker? Also das wäre auch mal etwas Interessantes. Ist das so Schubumkehr oder, naja, Tankermagazin.com. Zurück zu Sauber. Also, was ich sagen wollte, man muss sehr viel früher investieren, bevor man den Erfolg haben will. Und jetzt ist es ja sowieso schon ein bisschen schwieriger geworden. Es ist nicht mehr wie früher. Als ein Hersteller kamen, wir erinnern uns vielleicht noch an Toyota. Da ist man gekommen und hat einfach Geld hingeschmissen. Man hat einfach mit Geld um sich geworfen. War dann auch nur bedingt erfolgreich, aber man konnte das damals. Das funktioniert ja jetzt alles gar nicht mehr so. Man hat ein Budget Cap, das heißt, es ist gedeckelt, was ich überhaupt ausgaben darf. Es gibt OPEX, CapEx, also Operational Expenditure, also das, was man für den laufenden Betrieb ausgibt. Das sind immer diese 145 Millionen plus ein paar Extras noch, von denen man hört, dann gibt es Capital Expenditure, also das, was man für die Infrastruktur noch zusätzlich ausgeben darf. Und da sind Grenzen gesetzt. Das heißt, für einen Hersteller ist es ohnehin schon ein bisschen schwieriger geworden. Was eigentlich wunderbar ist, wenn man schon involviert ist und schon ganz ordentlich dabei ist, wenn man aufholen will, ist es aber ein bisschen kontraproduktiv. Und noch kontraproduktiver ist es, wenn man diese Grenzen hat und die gar nicht ausnutzt. Denn das war oder ist bislang fast der Status Quo bei Sauber. Man gibt nicht mal so viel Geld aus oder man gab bis vor kurzem nicht mal so viel Geld aus, wie man hätte ausgeben dürfen. Weil das Geld einfach nicht vorhanden war. Man hat sich finanziert über unter anderem Finn Rausing, dem damaligen oder noch aktuell ganz ganz aktuell noch wahrscheinlich Besitzer, über Sponsoreneinnahmen und über die TV-Gelder oder Preisgelder, die ausgeschüttet werden. Und da hat man eben eine Summe erwirtschaftet, die nicht ausgereicht hat, um an dieses Limit zu kommen oder an diese Limits. Und ja, 2024, jetzt sind wir doch schon auch im März, wenn ich 2026 Erfolg haben will, dann hätte ich da eigentlich schon länger investieren müssen. Das Gute ist, dass und das ist diese witzige Kettenreaktion gewesen im vorletzten Winter, muss man ja inzwischen sagen, als diese Teamchef-Rochade kam, als Matthias Binotto bei Ferrari beurlaubt wurde oder entlassen oder was auch immer, dann ist ja Fred Vaseur von Sauber zu Ferrari und Andrea Seidel von McLaren zu Sauber, aber nicht als Teamchef, offiziell CEO, man gönnt sich ja auch noch diesen Teamrepräsentanten, Alessandro Aloni Bravi. Gibt es sowas eigentlich in der Formel E? Teamrepräsentanten, das hört sich fast so nach Formel E an. Ja, würde ich dir nicht mehr widersprechen wollen. Aber in der Formel E sind die verfügbaren Einsatzplätze, gerade an der Rennstrecke, sehr, sehr limitiert aus Kostengründen. Das heißt, der Teamchef ist auch gleichzeitig der Kerl, der am Ende irgendwie dann die Autos zusammenpackt und in die DHL-Boxen reinsteckt. Von daher möchte ich da jetzt nicht direkt Vergleiche ziehen. Jedenfalls war das für Audi und für das Vorhaben Audi ein absoluter Glücksfall, dass es zu dieser Teamchef-Rochare kam. Denn klar war, dass Andrea Seidel dieses Projekt leiten würde, aber halt erst ab 25, 26. Und jetzt wurde das Ganze beschleunigt und er konnte sich halt schon frühzeitig ein Bild machen, wie es in Hinwil aussieht. Also er kennt Hinwil ja aus der BMW-Saubervergangenheit, er war damals BMW-Motorenmann, aber konnte sich jetzt mal ein Bild davon machen, wie es dort wirklich aussieht und man hört, der war da nicht so begeistert und offenbar hat man bei Audi das Projekt auch erheblich unterschätzt. Ich meine, klar, auf der einen Seite Motor, da haben wir viel drüber gesprochen, wir waren auch schon zu Gast in Neuburg, haben große Magazingeschichte damals gemacht. Es ist auch ein Mammut-Projekt, aber was ist denn die Steigerung von Mammut? Noch größeres Projekt, das ist Hinwil, wenn man sich da ein bisschen umhört, denn da kommt eben der schwere Tanker. Der eine Schiff, das wird frisch gebaut und das andere Schiff, das ist der schwere Tanker und der schwere Tanker, der fuhr nicht besonders schnell auf der Rennstrecke, aber besonders schnell, sagen wir mal, in eine falsche Richtung, von dem man ihn jetzt wieder abbringen muss und deswegen, Andreas Seidl hat das frühzeitig analysiert und ich glaube, auch deshalb hat Audi jetzt diese Schritte unternommen und hat jetzt das doch etwas beschleunigt. Interessanterweise muss man dazu sagen, wir haben schon für weit über einem Jahr die Frage gestellt, ist Audi nicht eigentlich schon viel zu spät dran? Damals ging es um den Aufbau von Einzylinder-Prüfständen, ich erinnere mich noch ganz gut, die wir ja auf unseren diversen Besuchen in Neuburg dann die Bauarbeiten quasi live verfolgen konnten. Ich bin dann mal über die Strecke gefahren in Neuburg an der Donau, da konnte man so ein bisschen hinten die Gebäude sehen, die sie hochgezogen haben. Ich kenne es noch von früher aus der DTM-Zeit oder aus der Formel-E-Zeit, da war ja damals der Formel-E-Simulator, State of the Art, den gibt es natürlich auch nicht mehr. Doch, den gibt es sogar noch. Den gibt es, aber der ist glaube ich umgebaut worden, oder? Ja, genau. Sitzt da jetzt Neil Jahn drin? Ja, tatsächlich. Das heißt, da ist jetzt ein anderes Monocoque drin. Ah ja, wahrscheinlich ein bisschen höher entwickelt als das, was sie da hatten, obwohl das schon sehr, sehr gut war. Also ich durfte es mal sehen, den Simulator, das ist schon echt krass. Also da ist schon eine Infrastruktur, Audi hat ja auch mal ein bisschen Motorsport in der Vergangenheit gemacht, darf man ja auch nicht ganz vergessen. Aber allein das Thema, dass wir seit weit über einem Jahr sagen, die sind schon zu spät dran und wir sind immer noch dran, das ist doch ganz normal, dass da eine gewisse Skepsis aufkommt. Und natürlich, das hast du auch schon gesagt, schwerer Tanker, sehr gutes Stichwort, natürlich muss da alles durch den Vorstand gehen und bei Audi noch viel schlimmer, denn das ist natürlich, wie wir alle wissen, Teil der VW-Gruppe und dann geht es nicht nur durch den Vorstand, geht es durch Vorstände und Aufsichtsräte und Betriebsräte und jeder gibt noch seinen Senf dazu und das Land Hannover hat noch Anteile an der VW-Gruppe und dann will der Porsche noch mitreden und dann gab es zwischendurch noch zwei neue... Katar, nicht zu vergessen. Katar natürlich, ja, absolut, richtig, auch wichtig. Wichtig und richtig, wie man heutzutage sagt und wie es hast du dazu erwähnen, jetzt habe ich es einmal gemacht. Also das heißt, es gibt ja unendlich viele unterschiedliche Instanzen, durch die Dinge durch müssen und das ist ja auch das Problem, warum es gerade bei Herstellern alles wahnsinnig lange dauert. Und jetzt hat natürlich Audi das Formel-1-Projekt ausgegliedert. Es gibt diese Formula Racing GmbH oder Christian, wie heißt das genau? Formula Racing, Formula One Racing oder so. Wichtig und richtig. Ja, dankeschön. Das war es dann auch mit dem Podcast für heute. Sodass man wahrscheinlich Entscheidungen etwas schneller in gewissen Bereichen zumindest treffen kann und nicht alles immer durch die ganzen Gremien durchgehen muss. Aber es kostet halt alles wahnsinnig viel Zeit. Also insgesamt muss ich sagen, Mann, das muss ja jetzt mal raus. Ich freue mich, dass Audi in die Formel-1 einsteigen will ab 2026. Es ist toll, einen deutschen Hersteller zu haben. Das sollte man schon mal irgendwo absolut positiv hervorheben. Ja, wir sind ja immer in Deutschland. Wir sind halt nur mal ein deutsches Magazin. Da ist das spannender. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, also seit es die ersten Gerüchte kamen, kommt Audi oder kommt Porsche, wird das Ganze mit einer riesengroßen Skepsis betrachtet und die kommt auch nicht von irgendwo her. Ja, da wird viel politisches gestreut. Wir kennen das gerade beim Hersteller. Da hat jeder so, will da so ein bisschen seinen Senf dazugeben und ein bisschen schauen, ob er ein bisschen Politik betreiben kann. Das ist halt so bei großen Konzernen. Aber ich muss schon sagen, irgendwie tut es mir auch und ich kritisiere viele Dinge da ganz genauso. Ich meine, mit Audi arbeite ich lange, lange zusammen. Ach, es ist ein bisschen schade eigentlich, dass das, dass egal, was Audi da macht oder was rund um dieses Sauber aktuell passiert, dass das immer mit dieser Frage begleitet wird, kommen die überhaupt, steigen die aus, jetzt kaufen sie 100% schon, also mehr als, oder früher muss man ja sagen, als sie das wohl geplant hatten oder angekündigt war. So, was ist die nächste Frage? Man sagt, naja, übernehmen die das jetzt nur zu 100%, damit sie den Laden dann selber quasi eigenverantwortlich verkaufen können, noch bevor sie einsteigen. also diese Fragen, die hören einfach nicht auf. Ich finde es schon sehr, sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Ja, da schließe ich mich an. Ich bin irgendwie der größte Fan dieses Projekts, aber auch der größte Skeptiker. Also größte Fan, weil ich finde es sensationell, dass es in der heutigen Zeit einen Automobilhersteller gibt, der sich das traut, der sich traut, ein Team richtig zu kaufen, richtig zu übernehmen. Nicht Alfa Romeo, nicht dann Anstrich drauf machen. Die haben keine einzige Schraube an diesem Auto gebaut. Nein, Audi, die machen das richtig, die kaufen dieses Team, nehmen das selbst in die Hand, auch mit eigenen Managementstrukturen dann und so weiter, mit allem, was dazugehört, bauen einen komplett neuen Formel 1 Motor. Da geht einem ja das Herz auf, wenn man das in der heutigen Zeit hört, dass ein OEM einen komplett neuen Verbrennungsmotor baut. Natürlich gibt es da auch eine gewisse Elektrokomponente, über die könnt ihr übrigens in der nächsten Printausgabe ausführlich auch lesen. Wir haben eine sehr, sehr ausführliche Technikgeschichte zu den Triebwerken 2026 drin, mit dem FIA-Technikchef Nikolaus Tombazis zusammen gemacht. Aber da geht einem ja wirklich das Herz auf. Man kann über diesen Motor dann denken, was man will und ich hätte ihn sicherlich komplett anders gemacht, hätte ich ihn jetzt vom Reglement her designt. Man kann aber da die aktuelle Welt nicht außen vor lassen, aber trotzdem ist es ein Verbrennungsmotor. Es ist ein Verbrennungsmotor und dass da ein Hersteller hingeht und sagt, wir entwickeln für Einstieg 2026 einen komplett neuen Verbrennungsmotor. Das ist doch eine sensationelle Nachricht für die Formel 1, für den Motorsport, für Deutschland. Also Hammer. Finde ich richtig geil. Absolut. Jetzt müssen wir natürlich nur hoffen, dass die ganze Batterietechnologie, die sie ja aus der Formel E hatten, Audi war ja Werksteam vier Jahre lang, dass sie vielleicht da noch ein bisschen geupdatet haben und dass sie nicht gesagt haben, wie beim Dakar-Auto, dass ja auch die Dakar gewonnen hat, oh, wir haben da ja noch diese Formel E-Batterie und wir haben da noch einen alten DTM-Motor. Den stecken wir jetzt mal zusammen, sagen, das ist jetzt rein elektrisch und damit gewinnen wir jetzt mal. Also da hoffen wir mal, dass die Kompetenz da noch weiter vorangeschritten ist und dass man da noch, wenn auch ein einfacheres Batteriesystem baut, aber immer noch hybrid. Ich glaube, was die Batterie angeht, ich weiß gar nicht, hatten die in der Dakar, ich meine, die MGU hatten sie aus der Formel E, den Motor, den Verbrennungsmotor aus der DTM, aber hatten die überhaupt so eine große Batterie, weil der ist ja als serieller Hybrid, glaube ich, gelaufen. Weiß gar nicht, ob die da so eine große Batterie drinnen hatten. Die Batterie kam ja damals, glaube ich, auch von Williams oder McLaren oder wann auch immer, wann die ausgestiegen sind. Ich glaube, ich bin auch gar nicht ganz sicher, weil ich habe es eine Einheitsbatterie in der Formel E durften wir ja nicht selber entwickeln, aber man hat ja das Software-Know-how mitgenommen, das ist ja immer ganz wichtig zu erwähnen, was man alles so lernen konnte aus der Formel E bei Teilen, die man gar nicht selber entwickelt hat. Immer ganz, ganz wichtig und sehr beliebt in der PR-Abteilung eines jeden Herstellers, der sich in dieser Elektro-Grennserie engagiert. Also ein bisschen Wissen ist natürlich schon da. Ja, wir machen uns jetzt ein bisschen drüber lustig. Da ist schon Kompetenz in der Formel E. Ja, und tatsächlich auch die Prüfstände, weil ich meine, du hast vorhin die Einzeländer-Prüfstände angesprochen, die haben gefehlt. Das ist natürlich schon essentiell auch für die Motorenentwicklung, vor allem, wenn ich einen Verbrennungsmotor entwickeln will. Da sollte es eigentlich beginnen. Die haben gefehlt, die kamen viel zu spät eigentlich. Aber was die restlichen Prüfstände angeht, da war man richtig gut aufgestellt, da hatte man zuvor auch noch richtig geupgradet. Das war auch mit einer der Gründe, weil die Konkurrenz davor ein bisschen Angst hatte vor diesen Prüfständen, dass die Neulinge zwar mehr Geld ausgeben dürfen, die neuen Power-Unit-Manufacturers, dass die mehr Geld ausgeben dürfen. Es gibt ja auch ein Budget-Cap für die Motorenhersteller in Zukunft. Aber nicht mehr Prüfstandsstunden bekommen haben. Also da hatte man ja zuvor erst richtig dicke Bestellungen hier in Graz aufgegeben, auch bei AVL. Und musste die Prüfstände teilweise sogar zurückrüsten, weil es in der Formel 1 ja nur Hinterradantrieb gibt und Hinterradrekuperation. Wohingegen es ja in Le Mans oder bei den LMP1-Autos oder bei den LMDH oder was auch immer die da bauen wollten oder gebaut haben, was aber nie zum Einsatz kam. Da darf man ja auch an der Vorderachse rekuperieren, wenn ich da richtig im Bilde bin. Jedenfalls mussten die die Prüfstände sogar zurückrüsten dafür. Also da war man schon richtig gut aufgestellt in Neuburg. Gut, dass man einen Hersteller da hat, der in der Lage ist, sehr, sehr viel Geld auszugeben für den ganzen Laden. Du hast es ja schon gesagt, sauber hat sein Budget nicht mal ausgebraucht. Und wie wir das so verstehen, dieses ganze Audi-Projekt, das wird am Ende ein Milliarden-Projekt. Ich glaube, das darf man schon sagen, ja, Budget-Cap hinterher. Aber die ganzen Aufbauten, die ganzen Vorbereitungen, die Leute anzustellen, das kostet ja alles immens viel Geld. Und das ist ja auch so ein Thema, was dann wieder sehr politisch wird. Sobald Audi den ersten, und das ist jetzt nur hypothetisch erzählt, wenn ein Band steht irgendwo in Neckarsulm, in den Böllinger Höfen oder sonst irgendwo und du kommst dann in die Ecke und sagst, ja, wir machen jetzt Formel 1 und ja, das kostet halt insgesamt netto, weiß ich nicht, ein paar Milliarden und die werden es ja wohl doch sein, dann ist es halt auch wieder sehr, sehr schwierig. Also dieses Projekt ist spannend. Man muss sich drauf freuen, gerade als Deutscher Motorsport oder auch Formel 1 Fans, aber es ist halt auch mit sehr, sehr vielen Hürden versehen, würde ich jetzt einfach mal so ganz lapidar ausdrücken. Bevor wir jetzt wieder sehr, 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 sehr viele erboste Kommentare bekommen, es heißt Neckarsulm. Das haben Christian und ich schon sehr, sehr oft zu hören bekommen nach diversen Videos. Deswegen möchte ich das nur nochmal klarstellen, dass falls die Aussprache eben nicht hundertprozentig gepasst hat, Neckarsulm. Dann schneiden wir das einfach raus und ich sage nur Ingolstadt und Böllinger Höfe. Ob Manuel Lien jemals in Neckarsulm war? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Jetzt muss man dazu sagen, es geht schon relativ teuer los für Audi, da kommen im Moment ein bisschen Zusatzkosten auf die zu, denn das hat zwar kaum jemand mitbekommen, aber wir hatten da wieder so ein Vögelchen, was uns da FIA-Dokumente irgendwie weitergeleitet hat netterweise. Und das war nicht Manuel Lille? Ne, das war Manuel Leak, aber es war kein Leak, weil diese Dokumente tatsächlich... Das war das Manuel Leak? Ja, das war, lass mich weitererzählen. Das waren offizielle FIA-Dokumente, man musste aber wissen, wo man sie im Internet findet, nämlich im sportlichen Teil oder im regularischen Teil der FIA-Rally-Raid-Weltmeisterschaft. Das ist eine FIA-Weltmeisterschaft. Man kennt natürlich immer nur das wichtigste Rennen, das ist nämlich die Rallye Dakar, die hat Audi auch gewonnen zum ersten Mal, das muss man auch lobenswert natürlich hervorheben. Da gibt es aber noch ein paar andere Rennen, nämlich vier weitere. Zuletzt war die Abu Dhabi Desert Challenge und die Rallye du Maroc in Marokko, die kennt man natürlich auch noch einigermaßen. Und Audi hatte mal vorgehabt zu sagen, ja gut, wir machen Dakar, aber wir machen auch die anderen Rallye-Raid-Weltmeisterschaftsläufe mit. Aber dann hat man dann dummerweise zwei Wochen vorher gesagt, ah, jetzt haben wir Dakar gewonnen und jetzt sind die ganzen Ersatzteile aufgebraucht und das sind ja alles Prototypen-Teile, die haben teilweise Vorlaufzeiten von bis zu zwei Jahren. Naja, und wenn wir jetzt das nächste Rennen schon in anderthalb Wochen haben, dann wird das halt knapp in den zwei Jahren, die ganzen Ersatzteile da zu produzieren. Und da hat die FIA gesagt, ja Moment, aber ihr habt uns das doch eigentlich zugesagt. Und da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail eingehen, aber ich glaube, auch da wurde in den Kulissen so ein bisschen hin und her, ich will nicht sagen, gemauschelt, aber hin und her verhandelt, was man denn machen könnte, damit Audi halt als Flaggschiff dieses Rallye-Rage-Sports eben auch die weiteren Läufe und nicht nur die Dakar fährt. Jedenfalls, dazu kommt es nicht. Das hat der FIA offenbar nicht so gefallen, denn die Steher haben mit ihren Stewards-Schreiben reingeschrieben, das schade dem Ansehen der Meisterschaft und das ist etwas, was nicht gut ist, das will kein Hersteller hören und das haben sie auch noch mit einem Preiszettel versehen und zwar insgesamt 750.000 Euro, die jetzt zu zahlen sind. Also für die Nicht-Teilnahme an diesen weiteren Rallye-Rate-Rennen ist jetzt mal eine Dreiviertel-Million fällig. Also da muss man jetzt mal wieder schauen, was wir bei der Formel 1 dann eben nicht machen können. Vielleicht gibt es dann irgendwie keinen Werbespot oder so, den muss man möglicherweise an die Pia bezahlen. Jedenfalls, das sind auch so kleine Stolpersteine. Politisch ist das natürlich, man muss es, finde ich ganz klar so sagen, selten dumm gewesen, was man da gemacht hat. Man weiß, der Präsident war früher selbst Rallye-Pilot, der Sport liegt ihm auch wirklich am Herzen und dann so eine Aktion durchzuziehen. Also auch die Begründung irgendwie zwei Jahre Vorlaufzeit, ja das sind Prototypen, die Dinger sind hochkomplex und so weiter, aber würde es der Automobilhersteller Audi nicht schaffen, die Autos da bei diesen restlichen Rallys zum Laufen zu kriegen? Also dann darf man sich auch mal über die Kompetenz der Marke Gedanken machen, also sage ich jetzt einfach mal so. Und vor allem, wir kennen es ja, wir machen lange genug Motorsport, wenn die Pia dir einmal etwas krumm nimmt, dann vergisst man das in Frankreich normalerweise nicht so schnell. Und da hat ein kluger Kollege aus einem anderen Tageblatt dazu geschrieben, übrigens, die Formel 1 ist auch eine Pia-Weltmeisterschaft und das ist ein Satz, der sehr, sehr viel Wahres beinhaltet und du sagst es nämlich, Benzulayem, ja, und Abu Dhabi Desert Challenge, das ist quasi auch noch sein Heimrennen gewesen, wo er noch fehlte und das ist dann so ein bisschen kleiner, ja, Tritt ins Kontor, würde man möglicherweise sagen und ich gehe stark davon aus, dass man sich das irgendwo bei der FIA notiert hat, dass Audi da eben das nicht so gemacht hat, wie sie es mal zumindest geplant hatten. Wir dürfen nicht sagen, angekündigt, wir dürfen mal sagen, die Planungen gab es durchaus bei der Rally-Rate weiter mitzufahren. Ja, finde ich hochinteressant das Ganze und ich hoffe, dass da die Ethikkommission nicht irgendwann mal noch einschreiben muss, wenn man sich das ins Notizbuch geschrieben hat. Ich wollte ja sagen, wir haben gerade vorhin erst die News vermeldet, dass die Ethikkommission hier alles gesagt hat, alles ist in Ordnung und jetzt fängst du schon wieder an, die haben sich was notiert. Nein, Stefan, und der Präsident ist doch alles in Ordnung, ist doch immer alles in Ordnung. Wir haben uns das angeschaut. Ich hoffe, ich hoffe, der Präsident hat so ein Notizbuch wie unser Programmierer Matthias, denn wenn man da mit Verbesserungsvorschlägen oder irgendwelchen Bugs kommt, dann ist man, ja, ja, habe ich notiert und das ist bei uns so ein bisschen der Running Gag, also sein imaginäres Notizbuch, dass er das dann rein notiert. Auf der unsichtbaren Schreibmaschine habe ich es mir notiert. Simpsons mäßig. Apropos Audi und nicht Formel 1, da gab es auch in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche eine schöne Geschichte, die haben wir auch aufgenommen. Da gab es ein Betriebsrattreffen bei Audi und das war in der Zeit, als Audi seine Triumph hat mit dem Dakar-Auto hier durch die diversen deutschen Standorte, also Neckarsulm, Neckarsulm, um Gottes Willen, Böllinger Höfe, Ingolstadt und auch Neuburg durchgezogen hat und da hat man einen kleinen Zwischenstopp gemacht bei einer Betriebsratssitzung und da hat eine sehr ranghohe Mitarbeiterin oder Betriebsrätin, stellvertretende Betriebsratschefin, die hat gesagt und das war ein bemerkenswertes Zitat, das auch Audi auf seiner eigenen Webseite veröffentlicht hat, also die gehen da schon transparent mit dem Thema um, ich glaube das müssen sie zum Teil auch, aber das hat man absolut sauber gelöst, finde ich, sehr gut, da muss man auch sagen Daumen auf, Daumen rauf und diese stellvertretende Betriebsratschefin, wenn ich jetzt richtig die Position im Kopf habe, die sagte, den Motorsportfans und den Audianern blutet das Herz, weil man eben nur noch Formel 1 machen wird 2026 und bis dahin eigentlich gar keinen Werksmuttersport mehr hat und wenn wir jetzt mal überlegen, was Audi für eine Historie bei den 24 Stunden von Le Mans hat in der DTM, im Rallysport, der Rallysport, der diese Marke überhaupt erst bekannt gemacht hat, Audi war davor eine graue Maus, erst danach ging es dann richtig ab mit dem S1, Quattro, Urquattros und so und jetzt kommt bis 2026, wann ist das erste Rennen? Wahrscheinlich, dann wahrscheinlich am 1. Januar, vermute ich jetzt mal in zwei Jahren, aber sagen wir mal irgendwann Februar, März, das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt, Tag jetzt, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, an einem Mittwoch wird Audi keinen Werksmotorsport mehr anbieten und, und das hat vielleicht gar nicht jeder mitbekommen, weil natürlich viele Formel 1-Fahrer haben oder viele Formel 1-Hörer, sage ich, Fahrer, Hörer, es gab im Mitte letzten Jahres gab es einen Vorstandsbeschluss, damals noch unter dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, Markus Duismann, der ist inzwischen schon abgesetzt worden, dass man gesagt hat, okay, voller Fokus auf das Formel 1-Projekt und es wird keine Werksunterstützung mehr vom Werk für die privaten Teams oder die Kundenteams geben, heißt also, jedes Team kann weiter mit dem, in dem Fall dem Audi R8, LMS GT3, das GT3-Auto, das sehr erfolgreiche GT3-Auto weiterfahren, aber es gibt von Audi nicht mehr wie bisher halt Zuschüsse wie Geld oder mehr Ersatzteile oder mehr Werksfahrer, also das war schon früher ein sehr wichtiger Support und das hat natürlich auch viele Fahrer und auch viele Teams dazu veranlasst, zu sagen, okay, Audi, sorry, aber unter diesen Umständen können wir nicht mit euch weitermachen. Jetzt müssen wir schon froh sein, wir hatten das ganz am Anfang das Thema, dass das Team Upsports allein gesagt hat, hey, wir sind kein Fähnchen im Wind, das hat der Motorsportdirektor Martin Tomczyk auch am Montag nochmal wiederholt, wir haben eine lange Geschichte mit Audi, wir tunen auch Audis, Abt ist der größte Audi-Tuner der Welt und auch der bekannteste, wir machen jetzt erstmal mit den Audis weiter, aber das muss man schon sagen, also dieser Vorstandsbeschluss des ehemaligen CEO zu sagen, es gibt keine Werksunterstützung mehr, nicht in Le Mans, wo Audi auch nicht zugelassen worden ist, möglicherweise aus genau diesem Grund, seit diesem, oder ab nächstem, diesem Jahr gibt es ja GT3-Autos in Le Mans, es wäre möglich gewesen, nichts mehr in der DTM, nichts mehr beim tollen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und auch sonst drumherum müssen die Teams mehr oder weniger alleine schauen, wie sie klarkommen, es gibt nur noch den normalen Ersatzteile-Support, der wird fortgesetzt, die Autos bleiben rennbereit, aber das ist natürlich eine absolute Zäsur im Motorsport, in dieser fantastischen Motorsport-Historie, die Audi ja durchaus aufzuweisen hat, also das ist glaube ich ein Ding, das ist in diesem Formel-1-Kontext nochmal so hochgeschwappt und hat der Marke doch einen sehr negativen Anstrich, zumindest aktuell in Sachen Motorsport verliehen, ich habe nichts anderes gehört. Ja und das, was du jetzt eben beschrieben hast, sorgt natürlich auch noch ein bisschen dafür, dass es einen erhöhten Druck dann auf das Formel-1-Projekt gibt, die dann das einzige Werksprojekt bei Audi sind, es gibt nicht noch Le Mans Auto und Dakar, irgendwo anders, wo sie Erfolge einfahren, wo auch die eigenen Mitarbeiter dann hingehen und sagen, oh ja, das ist auch cool, da ist meine Marke, da sind die vier Ringe drauf und wir gewinnen und dafür habe ich gearbeitet, Sondern dann gibt es nur noch die Formel-1, in Anführungsstrichen nur noch, Königsklasse, wissen wir, sagen wir auch alle, vielleicht bis auf Frobert, der natürlich auch andere Königsklassen sieht in seinen Rennserien, aber der Druck ist da, wir haben vorhin darüber gesprochen, hohe Erwartungen, aber die Erfolgsaussichten und Chancen sind in den ersten ein, zwei Jahren doch eher gering, dadurch, dass man später angefangen hat, ich denke, wir sind uns alle einig, sie werden allerhöchst wahrscheinlich nicht im ersten Jahr um Siege oder gar den Titel oder irgendwas mitfahren können, das haben wir schon vor zwei, drei Jahren gesagt, als es darum geht, steigen Sie ein und wie sieht das Ganze aus und dann das ganze Konstrukt da auf die Reihe bekommen, wir haben vorhin gesagt, mit Neuburg, mit Hinwil, Hinwil auf Vordermann bringen, das Ganze, da hat sich bei all dem Robert, was du vorhin erzählt hast, auch so ein bisschen der Vergleich zu Toyota wieder angebahnt mit einem Automobilhersteller, einem Konzern mit Vorständen, Aufsichtsräten und all dem Ganzen drum und dran und noch VW-Konzernen und allem drum und dran, was wir erwähnt haben, erinnert natürlich an die vielen, vielen Schritte, die wir damals bei Toyota und auch ein bisschen als Honda-Werksteam bei Honda hatten, gerade bei Toyota wurde es aber immer ganz gern gemacht, weil es auch so ein Satellit da in Köln-Maßdorf war, wo man auch gesagt hat, bis die mal was entschieden haben, über Nacht die Japaner, mussten wir warten und so funktioniert die Formel 1 nicht, ganz so schlimm wird's hier natürlich nicht, aber andere haben da natürlich Vorteile, selbst andere Hersteller, die ein bisschen autarker in England mit ihrem Team agieren, wie es auch Mercedes macht, wie es, ich will jetzt nicht von Alpin sprechen, weil egal was die machen, es hilft ja alles nichts, vielleicht bräuchten die einen Konzern, der ein bisschen Ordnung reinbringt, aber das ist natürlich auch eine schwierige Geschichte, die da mit dahinter steckt und es nicht einfacher macht. Ich konnte dir jetzt eigentlich gar nicht mehr zuhören, als du Köln-Maßdorf gesagt hast, da ist mir nämlich dann irgendwie dieses Neckarsulm gekommen und dann ist mir Maßdorf, ist mir eigentlich gekommen, wie witzig, dieses Dorf, Marsdorf, schaut es da so aus wie am Mars oder Du warst doch schon mal dort. Woher kommt das eigentlich? Ja, aber irgendwie fand ich das interessant. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, woher der Name kommt, aber das kann Stefan gleich wieder recherchieren, während ich etwas zur Struktur sage. Ich bezweifle aber, dass der Blick dazu auch einen Artikel hat. Aber Robert hatte ja vorhin schon angesprochen, Markus Düßmann, den gibt es ja nicht mehr, der ehemalige CEO der Audi AG, der Vorstandsvorsitzende und ja, in diesem Vorstand, da gab es ja auch einen gewissen Oliver Hoffmann. Der war zuständig für die technische Entwicklung bei Audi, Entwicklungsvorstand und Oliver Hoffmann per se, den gibt es schon noch bei Audi, aber halt nicht mehr in dieser Funktion. Der ist jetzt, also er war ja maßgeblich beteiligt am Formel-1-Einstieg der Marke, also das waren hauptsächlich Oliver Hoffmann und Markus Düßmann, die da die treibenden Kräfte waren und Oliver Hoffmann, der hat jetzt einen neuen Job bekommen, also seinen Job als Technikvorstand ist er los, das wurde jetzt zur Chefsache erklärt, Gernot Döllner macht das, ist ein, ja, sagen wir mal so, eine ziemliche Großbaustelle bei Audi, die haben jetzt, glaube ich, vor wenigen Tagen ihr erstes neues Auto seit zwei Jahren präsentiert, wenn ich es richtig im Kopf habe, also die ganze Marke ist eine ziemlich große Baustelle aktuell und dieser Oliver Hoffmann, der wurde, manche sagen abgeschoben, manche sagen, naja, seiner eigentlichen Funktion zugeteilt, der ist nämlich jetzt sogenannter Generalbevollmächtigter, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast gesagt habe oder ob wir das nur intern in der Redaktion dann besprochen haben, aber Generalbevollmächtigter, das ist ja nicht ganz so gut wie der Teamrepräsentant, aber irgendwie, das hat für mich Generalbevollmächtigter, wenn man da dann so in 70 Jahren zurückschaut auf die glorreichen Audi-Zeiten in der Formel 1 unter dem Generalbevollmächtigten, Oliver Hoffmann, das hat so ein bisschen was von Herrn Neubauer bei Mercedes. Ich musste auch gerade an den Rennleiter Neubauer, ich habe genau daran denken müssen, genau dieses Silberpfeilbild habe ich auch als den Neubauer der Rennleiter. Und ich stelle mir das vor, wenn wir da so in 70, 80 Jahren da sitzen und über die glorreichen Audi-Formel-1-Zeiten reden und mit dem Generalbevollmächtigten sprechen. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Jedenfalls ist er jetzt so derjenige... Das wird dann spannend, wenn der Generalbevollmächtigte und vielleicht auch noch der Teamrepräsentant auf der gleichen PK oder so sind. Ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ich glaube, bis dahin gibt es den Teamrepräsentanten in dieser Form nicht mehr oder zumindest dann nicht in einer sinnvollen Funktion bei Audi. Also das kann ich mir nicht vorstellen. aber da hat man natürlich jetzt auch eine Struktur geschaffen, die ganz interessant ist. Er verantwortet ja insgesamt schon, er ist Generalbevollmächtigter für Hinwiel, für Neuburg und auch für Ingolstadt. Alles, was das Formel-1-Projekt angeht. Also Marketing, Kommunikation, aber auch Motor als auch Team. Also er ist da der große Kapo in Ingolstadt, der alles unter seinen Händen hat. Und dann gibt es natürlich noch die einzelnen Leute, Andreas Seidel, sicherlich ein sehr, sehr mächtiger Mann, aber die Frage ist dann für mich, wie sehr Konzern ist das Ganze dann? Denn, was hast du gesagt, Stefan, diese Agilität eines Rennteams, die braucht es. Das ist vielleicht ein wunderbarer Bogen jetzt zum Rally-Rate und Dakar-Programm, wo man sagt, man braucht zwei Jahre, um die Teile herzustellen. Zwei Jahre ist in der Automobilindustrie relativ wenig, wenn es um die Serienentwicklung geht, also das dauert ein bisschen länger, aber im Motorsport sind halt zwei Jahre Welten. das veranschaulicht das vielleicht ganz gut. In der Formel-1 kannst du nicht als Konzern denken. In der Formel-1 bist du ein unfassbar agiles Team. Nur so hast du überhaupt irgendwie nur annähernd die Chance, erfolgreich zu sein. Und deswegen bin ich damals sehr gespannt, wie die Struktur dann in der Praxis aussehen wird, inwiefern da Ingolstadt in das Tagesgeschehen involviert wird. Ich gehe mal davon aus, quasi nicht. Ich gehe davon aus, dass man das den Experten auf ihren Gebieten überlässt, also einem Adam Baker in Neuburg auf Motorenseite und Andreas Seidel dann in Hinwiel. Zwei Fun-Facts dazu noch aus unserer Recherche-Abteilung. Generalbevollmächtigter, das ist fast so ein schönes Wort, wie Steini gelernt hat vor kurzem wegen Steak, nämlich die Eidgenössische Spielbankenkommission. Damit hat er sich auch mal ein bisschen auseinandergesetzt und sich eingearbeitet in die ganzen Geschichten, als es da die Diskussion gegeben hat. Und bezüglich Köln-Marsdorf, ich konnte leider nicht herausfinden, wo der Name herkommt. Ich kann aber euch sagen, dass im Jahr 1157 die erste urkundliche Erwähnung stattgefunden hat und dass Maasdorf mit zwei Haltestellen der Stadtbahnlinie 7 an das Kölner Nahverkehrsnetz angebunden ist. Na, dann würde ich sagen, ab dahin, die Tickets, ich habe ein Deutschland-Ticket, also da fahre ich ja sofort mal hin ins Jahr 1187. Kannte man eigentlich im Jahr 1187, kannte man da den Maas schon? Das ist gleich das nächste Rabbit Hole, in das du uns hier stürzt. Gab es denn da auch schon die Haltestelle oder die Haltestelle oder wurde die dann später gebaut? Das sollten wir noch rausfinden, der Vollständigkeit halber. Bestimmt wurde da irgendwann mal Braunkohle abgebaut oder was auch immer und dann ist so eine Mars-Landschaft entstanden und deswegen heißt das so. Also die erste Karte des Mars wurde laut Internet 1659 gezeichnet. Jetzt driften wir aber wirklich ab. Driften wir wirklich ab nach 90 Minuten Podcast. So, so viel zu Audi und allem drum und dran. Christian, du hast ganz, ganz, ganz am Anfang auch mal angesprochen Frederic Vasseur und dass er sauber verlassen hat in Richtung Ferrari. Dabei sollte man zumindest noch erwähnen, er hat dann auch etwas hinterlassen, nämlich so ein kleines Geschenk für den neuen CEO Andreas Seidel in Form der Fahrer unter anderem von Valtteri Bottas mit einem Drei-Jahres-Vertrag und unter vielen und unter vielen unserer Videos mit dem Hashtag AskMSM fragen natürlich auch unsere Zuschauer, Zuhörer und Leser, ihr seid ja mittlerweile alles, innen, sagen zu uns, wer fährt denn dann für Audi? Und da haben wir, glaube ich, einen Videotipp für alle, denn da haben wir letzten Freitag endlos lang, gefühlt noch länger, als wir heute hier zu dritt geredet haben, gesprochen, wie sieht denn das Fahrerfeld 2025 aus? Das ist noch nicht ganz Audi 2026, aber natürlich ein Vorbote, mit wem sie da vielleicht fahren könnten und dieses Video findet ihr bei uns auf dem Talk-Kanal. Aber wenn jetzt die Frage hier kommt, dann müssen wir das Einzelne zumindest mal beantworten aus diesem Gesamtvideo, das ungefähr eine Stunde gedauert hat. Auf wen haben wir uns dann festgelegt? Also Hülkenberg haben wir genommen und? Korrekt. Und daneben, das ist eine gute Frage, ich glaube, das haben wir auch getauscht, Ja, du hattest ursprünglich Seins, wenn ich mich recht nutze. Genau, das mussten wir dann ändern, weil du mich überzeugt hast, dass es was anderes ist. Zum Glück habe ich die Tafel, die Patrick schön an die Wand gemalt hat, abfotografiert und da kann ich dir sagen, dass wir bei Sauber Hülkenberg und Gasly haben. Ja. Man muss dazu sagen, das ist nicht das, was Stefan und ich uns wünschen würden oder was auch immer, das ist das, was wir für am realistischsten halten. Was wir ausdiskutiert haben. In einer Stunde? Genau. Ihr glaubt, für Sam Bird ist kein Platz mehr? Leider nicht. Nein. Alles klar, ich wollte nur nachfragen. ich wollte nur nachfragen. Das ist ja, das ist wirklich ein fast schon mathematisches Thema, weil es so viele Variablen gibt, die voneinander abhängen. Also da könnte man sich auch mal den Spaß machen, da eine mathematische Formel draus zu machen, wie das Fahrerfeld dann aussehen wird. Und wie würde diese Formel aussehen, wenn sie Sam Bird beinhaltet? Sie würde viel mit Siegen zu tun haben, das ist auf jeden Fall sicher. Gut, dann würde ich sagen, dieses Video könnt ihr euch anschauen. Ja, ich weiß, ihr könnt es nicht nur hören, aber ihr könnt es sehen und hören, das ist ja eigentlich noch viel besser. Und wenn ihr es nicht sehen wollt, uns nicht sehen wollt, dann schaut halt einfach nicht hin und hört es euch nur an. Und dann kommen wir von dieser einen Ask MSM-Anweisung zu unserer Rubrik Media Session, wo wir gerne auch eure Sprachnachrichten abspielen würden. Sendet sie uns einfach auf Instagram at motorsportmagazin, dann könnt ihr selber hier mitdiskutieren und eure Fragen stellen. Und jetzt? Übrigens, das war die witzigste Zuschauerzuschrift oder Sprachnachricht oder Zuschrift kann man ja nicht sagen, aber das war das Witzigste, was ich von euch jemals bekommen habe. Das war 2021 oder 2020 Nürburgring als mir ein Fan, der an der Strecke war, ich glaube, er war an der Strecke und hat richtig ordentlich einen gebechert und hat mir dann im Suff auf Instagram zehn Sprachnachrichten geschickt. Insgesamt, glaube ich, zehn Minuten. Das war das Witzigste, was ich je von euch bekommen habe. Bring die Leute bitte nicht auf Ideen. Ich habe das Ganze auch noch abgespeichert. Das würde ich gerne hier mal reinspielen. Ich kann mal schauen, ob ich den Kontakt noch finde auf Instagram. Da freue ich mal nach, ob wir das machen dürfen. Wir müssen ja dazu sagen, wir müssen ja dazu sagen, dass es Christian ja liebt, wenn er von euch Sprachnachrichten bekommt auf Instagram. Von daher muss ich sagen, schreibt dem ruhig mal. Der hört sich das gerne an. Schreibt mir Sprachnachrichten. Ja, schreibt Christian viele Privatnachrichten auf Instagram. Also schickt ihm halt lange Sprachnachrichten. Nicht so kurze Sachen oder so. Er darf sich das ruhig mal alles anhören. Wenn ihr wollt, dass es in dieser Sendung kommt, an AdMotorsportMagazin bitte die kurzen Sachen, maximal 30 Sekunden, die wir abspielen können, ohne sie zu kürzen. An Christian bitte fünf Minuten. Acht Minuten. Ich muss dazu sagen, ich hasse auch Sprachnachrichten von Freunden. Ich weiß. Es ist eine absolute Unsitte, Sprachnachrichten zu verschicken, weil man dabei einfach die eigene Zeit als wichtiger ansieht als die Zeit des anderen. Ein schönes Schlusswort für das Thema Sprachnachrichten. Nächste Folge, dann nächste Woche. Aber hier dürft ihr es gerne machen. Leider haben wir da noch keine bekommen. Fast nicht kurz, wie es früher so schön stand in den Telefonzellen. Telefonzellen? Meinst du, das kennt noch jemand, der hier zuschaut? Zuhören? Sicher, Podcast ist das Medium der 80-Jährigen. Okay. Perfekt. Dann fragen wir den vielleicht 80-jährigen Thomas Braun, denn der hat uns eine Frage mit Hashtag AskMSM gesendet und die wollen wir doch wenigstens noch ganz kurz zum Ende beantworten. Und er fragt nach jemanden, über den wir letzte Woche schon mal ein bisschen diskutiert haben, nämlich Oliver Bermann. Der sagt, er war beim Debüt ja ganz interessant und besser als der Rest des Feldes und interessanter als der Rest des Feldes. Was würdet ihr davon halten, wenn jedes Formel-1-Team verpflichtet wird, nicht einfach nur zwei freie Trainings an Rookies zu opfern, sondern zwei Renneinsätze abzugeben und zweimal einen Rookie im Jahr einzusetzen? Das Lustige an dieser Frage ist, ich glaube, der hat uns abgehört, Christian, weil letzte Woche im Büro hast du exakt diese Frage, ich glaube sogar mit vier Rennen, in den Raum geworfen. Ja, ich habe gesagt, das ist aber tatsächlich auch wiederum entstanden aus einer Recherche für die Funfacts zum letzten Podcast. Das hatte nämlich mit Rudi Fischer zu tun, weil Rudi Fischer im Jahr 1953 nur vier Rennen gefahren ist, aber eben WM Vierter wurde. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das ganz witzig, eigentlich so Streichresultate und so Sachen und wenn du jetzt verpflichtet bist, viermal im Jahr einen anderen Fahrer einzusetzen, das würde ja auch sowas wie Streichresultate gleichkommen. Das heißt, du müsstest dir aussuchen als Fahrer, welches Rennen du nicht bestreiten willst im Vorhinein. Und das fände ich irgendwie ganz witzig. Also wir sind dann noch viel weitergegangen mit unseren verrückten Ideen, aber an sich ist es ziemlich witzig, weil dann kannst du natürlich auch so ein bisschen strategisch das Ganze angehen. Du kannst dir denken, okay, ich glaube, mein Auto ist auf dieser Strecke nicht konkurrenzfähig, also gebe ich dieses Rennen lieber an einen Young Driver. Aber jetzt kannst du aber auch sagen, oh, ich glaube, der Verstappen lässt dieses Rennen aus, also werde ich das sicher nicht abgeben, weil dann habe ich mal eine Chance da zu gewinnen oder was auch immer. Also das hätte so viele coole strategische Sachen. Es wäre natürlich richtig blöd für einen Fan, zum Beispiel der an die Strecke geht, der sich einmal im Jahr den Luxus gönnt, irgendwo hinzufliegen oder irgendwo hinzufahren und sich denkt, boah, geil, ich will mein Idol sehen, ich will sehen, wie Guan Yu Zhou da um die Kurven donnert und dann sucht sich ausgerechnet Guan Yu Zhou dieses Rennen aus, zu dem der super Fan hinfliegt und fährt dann doch nicht mit. Also das wäre natürlich dann richtig bitter. Ich glaube, Hockenheim, als sich Schumi das Bein gebrochen hat, Hockenheim war danach, glaube ich, im Rennkalender, das war dann halt auch richtig bitter für viele, die dann schon die Karten hatten und alles. Aber wenn wir jetzt schon dieses Thema unterhalten, dann müsste man das vielleicht vor Saisonbeginn, noch vor dem ersten Rennen festlegen, damit die Fans, die sich was kaufen, das vielleicht zumindest wissen. Ja, einige haben schon im vorigen Jahr Vorverkauf und alles Mögliche, aber man kann es natürlich nicht immer allen recht machen. Aber vielleicht vor Saisonbeginn festlegen, wo fährt jeder, dann ist da auch nicht ganz so viel Hin- und Her-Taktierei. Man muss es sich vorher überlegen. Getriebeübersetzungen mussten ja auch mal vorher festgelegt werden. Also wir kriegen dann quasi in der Zukunft, würden wir dann von Pirelli nicht nur die Vorschau auf die Reifenwahlmischungen der nächsten sieben Grand Prixs bekommen, sondern quasi auch würden wir so eine Info bekommen, welcher Fahrer fährt denn da überhaupt dann eben in Suzuka und Balein. Und mit welchen Reifen? Ich musste genau an das gleiche denken, Robert. Ich musste genau an das gleiche denken mit den Pirelli-Reifeninfos. Das war ja früher noch viel extremer, als sich die Teams das noch selbst zusammenstellen durften. Da haben wir ja dann in der Woche davor oder zwei Wochen davor oder irgendwann, haben wir dann die Zusammensetzung bekommen, welches Team, wie viele Reifensätze ausgesucht haben. Also das würde ich mir wünschen, dass wir da so vor jedem Wochenende eine Starterliste bekommen eigentlich. Es ist nichts anderes, als es eine Starterliste dann ohnehin an jedem Wochenende gibt. Aber jetzt nicht spannend ist. Dann wäre halt die Spannung groß. Ja, aber dann wäre es wirklich spannend, wenn dann einer so taktiert und vielleicht sogar andeutet, er wird da fahren, weil das ist seine absolute Lieblingsstrecke und auf einmal taucht er gar nicht in der Starterliste auf. Also ich kann sagen, aus meinen GT-Sportwagenressorts kann ich sagen, das ist spannend. Also man wartet zum Beispiel mit immer einer riesengroßen Spannung auf die Starterliste für die 24 Stunden von Le Mans und ich kann sagen, dass oftmals nicht mal die Hersteller oder Teams bis zur Veröffentlichung oder 20 Minuten davor wissen, sind sie jetzt dabei und wenn ja, also mit wie vielen Autos zum Beispiel sind sie dabei, da machen sie wirklich ein riesen Geheimnis draus. Das ist für uns auch wirklich immer spannend. Das sind so News während der Saison, wo man eigentlich sagt, ja, das Starterfeld ist ja da. Aber was ich gar nicht mag, ist das Thema und das münze ich jetzt mal darauf um, Gaststarter. Das haben wir in der DTM häufig, im GT3-Sport ja sowieso halt, weil immer jemand kommt, der dann, ich sage, entweder das Geld mitbringt zu sagen, ich fahre mal ein Rennen oder einer fehlt, weil ein anderes Programm hat. Ich muss sagen, seit Jahren führe ich die Diskussion auch mit dem lieben Kollegen Arno, ich hasse Gaststarter im Motorsport. Sie haben überhaupt nichts dazu versucht, also eine Rennserie, Hass ist aber ein starkes Wort. Hass ist jetzt ein starkes Wort. Dann sage ich, ich sympathisiere nicht mit Gaststarten. Hast du die Gaststarter als Menschen oder nur das System, dass es Gaststarter gibt? Die finde ich alle fantastisch, lieb und nett und warmherzig und embracing. Aber bitte nicht als Rennfahrer auf der Strecke in dem Moment als Gaststarter. Nein, eine Rennserie, die den Anspruch hat, professionell zu sein, die muss ein festes Starterfeld haben. Ich will keinen Gastfahrer, warum auch immer, der möglicherweise irgendeinen Titelfavoriten abräumt und wir danach Wochen lang drüber diskutieren. Eckenheim-DTM. Das schönste, frag mal, frag mal, den Herrn Schikotto damals im BMW, der heute noch sagt, ich glaube, das war einfach ein fingiertes Spiel für Mercedes. Die haben den Schumi da reingesetzt, dass der mal kurz über die Wiese donnert mit seinem Mercedes 190 EIWO 2, um den Herrn Schikotto abzuräumen. Also, da redet man heute noch drüber. Deswegen bin ich der Meinung, lass das. In den absoluten Top-Rennserien, die es gibt auf der Welt, und das ist nicht nur Formel 1 und nicht nur MotoGP, da gibt es auch noch ein paar andere, ja, DTM, WEC, Formel E, müssen wir alles mit reinnehmen. Das muss für mich ein fixes Starterfeld sein, höchstens im Falle einer Force-Majeur, höheren Gewalt, wie es so schön heißt. Na gut, dann muss halt eben jemand einspringen. Aber ansonsten, um Gottes Willen, bitte nicht. Es ist eine Profisportveranstaltung. Ich habe auch in der Bundesliga nicht auf einmal den Tuss-Bitburg in der ersten Liga, weil irgendwie gerade der MSV Duisburg keine Zeit hatte. Von daher, das sollte es einfach nicht geben in meinen Augen. Da bin ich sehr, sehr klar. Ja, aber so ein Olli Bärmann ist ja kein Tuss-Bitburg. Also, wir reden ja davon, Unterschätze nicht meinen Heimatverein, mein Freund. Du kennst ihn gar nicht. Aber er ist ja auch nur ein Ersatzfahrer. Er ist ja kein Gastfahrer, der zusätzlich dazu kommt. Ja, klar. Wir reden ja von potenziellen Formel-1-Fahrern der Zukunft. Es gibt ja ein Rookie-Reglement, es gibt ja ein Superlizenzsystem und nach diesem Superlizenzsystem muss man sich dafür auch qualifizieren. Nicht, dass am Ende derjenige diesen Gaststart macht, der am meisten Geld zahlt. Und das ist ja in vielen Rennsiedlungen tatsächlich so. Aber es ist doch ein Gaststart. Ich glaube, ich hatte jetzt damals kein Geld bezahlt, um Johnny Cecotto abschießen zu können. Aber, ähm, was meinst du, Entschuldigung, mit Gaststart? Also, es ist doch ein Gaststart, wenn wir das System, vielleicht habe ich die Frage nicht verstanden, aber wenn die Idee ist, einen Fahrer, einen Rookie-Fahrer zu nehmen, der eine gewisse Anzahl an Rennen während der Saison fährt, auf dem Auto eines permanent eingeschriebenen Starters, dann ist das für mich ein Gaststarter, weil er hat, er wird nicht alle, nicht alle Saisonläufe bestreiten. Das ist für mich ganz klar das Gaststarter-Thema. Also für mich wäre von der Definition her der Gaststarter ein zusätzlicher Fahrer, der mit dem zusätzlichen Auto oder Motorrad mitwischt. Also die typischen Wildcarts in der MotoGP. Da haben wir letzte Woche eine Frage nicht beantwortet, die wir aufgehoben haben. Heute nicht beantworten, weil Markus nicht da ist. Da kommen wir dann eh nochmal auf dieses Thema zu sprechen. Aber das ist für mich ein Gaststart, ein zusätzlicher zum normalen Feld. Okay. Genau. Aber ich meine, jetzt mag der ein oder andere sagen, was haben wir denn schon wieder geraucht heute? Haben wir zu lange am Lack geschnüffelt oder was auch immer? Wieso sollte man die Formel 1 jetzt irgendwie so künstlich machen? Aber es ist ja auch eine Folge einfach des Rennkalenders. Wir Journalisten machen ja auch nicht jedes Rennen. Das hat damit zu tun, weil es 24 davon gibt. Man kommt irgendwann mal an physische, finanzielle, was auch immer Grenzen. wieso man nicht jedes Rennen besetzt. Und viele Fahrer sagen das ja auch. Eigentlich jeder Fahrer sagt, er hat keine Lust auf 24 Rennen oder 25 Rennen, was dann sein soll. Und so ist das Ganze ein bisschen entstanden von der Idee her zu sagen, vielleicht kann man den Job Formel 1 fahren, was ja ein absoluter Traumjob ist, aber trotzdem sagen uns die Fahrer, sie wollen das nicht in dieser Intensität. Da geht natürlich auch das Besondere verloren. vielleicht kann man trotz viele Rennen machen, aber trotzdem den Traumjob Formel 1 Fahrer so einen absoluten Traumjob belassen und sagen, okay, dann spart sich halt Max Verstappen die Reise nach Shanghai oder sonst wohin. Ich sehe, ihr habt ja schon Pläne, aber wer kriegt dann die Punkte, also kriegt die Startzahl des Autos, werden dem die Punkte angerechnet oder ist es jeweils der Fahrer? Nein, du kannst auch keine Fahrer-Weltmeisterschaften machen. Also ich traue euch alles zu, wie ich das hier höre. Startnummern-Weltmeisterschaft. Naja, im Reglement heißt das so, eine Startnummer. Vor allen Dingen, was schiebst du mir hier in die Schuhe? Ich mag die Gaststarter und Wildcarts genauso wenig wie du. Ja, ist egal, das passt mir ganz ruhig. Nach meiner Definition, nach meiner Definition, als Ersatzfahrer würde ich das auch nicht unbedingt sehen wollen, was wir hier besprechen, aber das finde ich noch eher okay. Aber wir könnten ja als Wildcard-Fahrer verpflichtend bei, was weiß ich, vier Rennen, vier Rennen pro Team mit drei Autos. Luca Di Montezemolo gefällt das. Ja, endlich. Sie. Das ist der einzige. Also, schön, wie viele Themen es gibt, über die man lange und ausführlich diskutieren kann, auch mal ganz wilde Ideen. Wir müssen sagen, spätestens seit Liberty Media in die Formel 1 gekommen ist, werden ja auch gewisse Ideen umgesetzt, ja, teilweise auch gar nicht so schlecht. Das ist jetzt ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht zu lange überreden, weil wir reden jetzt schon seit 102 Minuten, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja, jetzt sind es 103 Minuten. Aber ich finde so gewisse Dinge, die sollten dann doch einfach so bleiben, wie sie sind, auch wenn jetzt man sich auf TikTok jede Saison und jedes Rennen irgendeinen neuen Trend wünscht. Gewisse Dinge, finde ich, sollten schon eine gewisse Kontinuität haben. Das würden wir auch unterschreiben, um die Frage von Thomas Braun nochmal aufzugreifen. Wir haben selber schon, wie gesagt, letzte Woche drüber diskutiert. Also als Wildcard würde ich sie nicht gerne sehen und an sich finde ich es auch dumm, wenn die Stammfahrer fehlen. Es klingt in der Theorie super, gerade wenn die Saison eh gelaufen ist und Max Verstappen halt schon nach zur Saisonhälfte quasi Weltmeister ist. Aber wie Christian gesagt hat, es wäre natürlich auch unfair allen, die sich das Rennen anschauen wollen und ihren Fahrer sehen wollen. Das heißt, die Quoten würden noch mehr einbrechen, die Zuschauer an der Strecke würden nicht mehr kommen und das tut dem Sport auch nicht gut. Können wir uns darauf einigen? In der Theorie gut, in der Praxis vielleicht nicht ganz so gut umzusetzen. Ich glaube auch, dass die Leute in Neckarsulm, um das einfach nochmal zu erwähnen, auch ganz gerne eben dann den gleichen Fahrer mal sehen würden. Glaubst du, die würden Olli Biermann gerne sehen? Ich denke, dass die Olli Biermann total gerne in Neckarsulm sehen würden. Oha, das schneiden wir besser raus. Apropos Biermann, ich muss gleich noch einen Supermarkt und einen Kasten kaufen. Heute ist letzter Tag im Angebot und in Österreich machen die Geschäfte früher zu. Ja, das wird richtig knapp. Aber weißt du, was das Gute ist? Die eine Frage, die haben wir letzte Woche schon geschoben, die können wir auch nochmal schieben. Ja. Das ist genau das, was wir machen. So halten wir die Spannung hoch. Die ist eh für Markus, richtig? Nee, das ist eigentlich die verrobert, aber der hat jetzt eh schon so viel mitgeredet bei Neckarsulm und Co. Deswegen glaube ich, diese Frage, die heben wir uns auf für nächste Woche für den Podcast, weil man weiß, vielleicht passiert nichts und dann haben wir wenigstens die Fragen. Wenn ihr andere Fragen habt, Hashtag AskMSM in die Kommentare unter dem Video. Wenn ihr es als Podcast hört, müsst ihr trotzdem auf YouTube gehen und dort kommentieren, weil da ist es mit den Kommentaren nicht ganz so einfach mit den ganzen Podcast-Plattformen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch eure Meinung zu unserer Ersatzfahrer-Wildcard-Gaststarter-Theorie gerne auch in den Kommentaren da lassen, damit wir da mal ein bisschen sehen, wie ihr das Ganze seht und dass wir vielleicht keine Ahnung haben. Aber nicht so wirr, wie wir das jetzt besprochen haben. Da möchte ich schon klar strukturierte Argumentationen haben, bitte. Gut, dann kommen wir uns zu unserer letzten Rubrik, die heißt, wie könnte es anders sein, abwarten. Und da sprechen wir darüber, was wir eigentlich gerade machen, woran wir arbeiten und worauf ihr euch als nächstes freuen könnt. Das ist natürlich, da Markus nicht da ist, das Rennen in Portugal, in Portimao. Da gibt es MotoGP-Videos auf unserem YouTube-Kanal Motorsport-Magazin Motorrad und natürlich auf der Webseite und in der App Live-Ticker, Ergebnisse, Zeiten, News, alles, was ihr so gebrauchen könnt. Gleiche gibt es natürlich auch von der Formel 1 aus Australien. Und am Montag gibt es dann auch nochmal ein ganz spezielles Video, nicht nur die Videos von Christian, sondern dann ein Video mit dem doppelten Christian wieder. Ja, in unserem AVD Motorsport-Magazin mit Christian, aber dann nicht nur mit mir, sondern auch noch mit einem, der wirklich Ahnung hat, nämlich mit Christian Danner, mit unserem Experten. Ich bin schon gespannt, die ersten zwei Ausgaben sind, man kann es ja sagen, überragend angekommen. Also wirklich überwältigendes Feedback von euch, tolle Aufrufzahlen. Abgesehen davon, also ohne diese Zahlen und so weiter, würde das riesigen Spaß machen. Christian Danner immer nicht nur sehr viel Ahnung von der Materie, sondern auch eine starke Meinung. Also das muss man sich unbedingt zu Gemüte führen. Und von Robert haben wir heute schon mal gehört, am Wochenende fährt nichts, also gibt es nichts zu tun für dich, oder? Nö, ist genau richtig. Das ist jetzt mein letzter Einsatz erst mal und danach komme ich dann nächste Woche für den Podcast wieder zurück. Aber ich denke mir, in meiner Freizeit, wenn ich zwischendurch lustig bin, dann werde ich möglicherweise die Arbeiten für unser nächstes Print-Magazin von Motorsport-Magazin fortsetzen. Da gibt es ja viele, viele Seiten, viele bunte und tolle Seiten mit tollen Fotos und tollen Storys zu füllen. Und das wird jetzt der Fokus sein in den nächsten ein, zwei, drei Tagen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass auch die bunte Welt des Motorsports uns nicht im Stich lässt und es schon bald wieder die nächsten Breaking News gibt. Breaking News, darauf können wir uns auf jeden Fall immer freuen. Auf motorsportmagazin.com seid ihr dann natürlich immer in der ersten Startreihe. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wie gefällt euch unsere Animation, in Anführungszeichen, die neue? Danke fürs Fragenstellen, danke fürs Dabeisein, Robert und Christian. Danke für die guten Gedanken von Markus aus dem Flieger nach Fortimau. Und jetzt würde ich sagen, Robert schwingt sich auf sein Fahrrad, Christian auf die Ameise mit den vier bis sechs Kilometern Bremsweg und ich gehe mit dem Jogginganzug nach Maasdorf oder Neckarsulm. Hauptsache Monaco. Ciao, ciao. Also das würde mich sehr, sehr freuen, wenn uns da die Zuhörer und Zuschauer vielleicht noch erklären könnten, woher der Name kommt. Und dann, ja, dann habe ich alles gesehen, gehört, erlebt. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. .